herzlich willkommen zur neuen folge vom tech talk folge 9 heute mit david sondermann und georg hirmer ja und steffen kolb natürlich ja heute geht es mal so ein bisschen um facebook mal wieder wer hätte das gedacht ihr habt vielleicht den medien mitgekriegt weil großes thema wir wollen am anfang noch mal drüber sprechen aber bevor wir anfangen habe ich noch so ein paar organisatorische sachen einmal vielleicht war was war jetzt eigentlich los ich habe auch schon ich bin schon im real life darauf angesprochen worden war was da eigentlich mit dem podcast los war warum das so ein heilloses durcheinander war kann ich ganz einfach erklären wir hatten probleme mit der schnittsoftware weil wir haben jetzt umgestellt auf adobe premiere das läuft alles ein bisschen hackelig aktuell noch also nicht wundern da könnte der eine oder andere schnittfehler noch drin sein als ob früher keine drin waren aber es könnte sein dass da jetzt ein bisschen bisschen mehr drin ist als sonst weil es einfach der workflow noch nicht so gut ist und das funktioniert alles noch nicht so gut und die vorlage die wir da jetzt portiert haben von unserer alten schnittlösung die muss sage ich ganz offen muss neu gemacht werden und planmäßig wird es wahrscheinlich dann so eher im nächsten jahr sein wo diese vorlage neu gemacht wird und solange versuchen uns jetzt mit dem ding noch durch zu kämpfen irgendwie und ja das ist einfach der grund warum das sich jetzt so gezogen hat ihr habt jetzt am montag also wenn alles so gelaufen ist wie geplant habt ihr am montag die alte folge bekommen und jetzt am freitag die folge die jetzt gerade hört also die eigentliche folge zum monat und ja und davor kam eben die gamescom folge das war jetzt das eine organisatorische das zweite ist wir sind jetzt auch endlich auf itunes das habe ich die ganze zeit angekündigt wir kommen auf itunes das hat auch ewig gedauert bis apple da endlich mal die waren wahrscheinlich mit ihrem neuen betriebssystem so sehr beschäftigt bis sie unseren podcast mal freigegeben haben und ihr könnt jetzt auch wenn ihr bei itunes nach course of you sucht dann findet ihr auch den tech talk und könnt dann auf euer iphone oder was auch immer was ihr da habt könnt ihr dann auch den podcast abonnieren und uns auch über diesen weg dann hören nach wie vor natürlich auch auf spotify genauso wenn ihr sagt ich habe kein itunes dann könnt ihr auch auf spotify uns hören und abonnieren und natürlich klassisch über youtube über unsere website das wird es natürlich weiterhin geben gut dann würde ich sagen gebe ich gleich übergebe ich mich gleich mal in richtung david ich trinke gerade so ein ostfriesen thema gucken also wenn wenn ich mich übergebe dann liegt es an dem ostfriesen aber der ist eigentlich ganz gut ich übergebe mal an den david weil der hat sich mit dem facebook thema so ein bisschen auseinander gesetzt ja also so langsam könnte man denken dass fn facebook steht für fehler aber schauen wir mal oder für fehler ja vielleicht hat es mitbekommen mal wieder eine große datenpanne bei dem großen sozialen netzwerk facebook in dem fall war es eine kombination aus mehreren software lücken gleich also man sieht auch die bleiben nichts davon oder gerade die bleiben auch nicht davon verschont worum geht es genau und zwar sind knapp 40 millionen konten betroffen es geht um folgendes es gibt bei facebook diese sogenannte funktion anzeigen aus der sicht von vielleicht habt ihr das schon mal gesehen wenn ihr euer profil bearbeitet könnt ihr das machen und könnt zum beispiel damit dann schauen wie sieht das profil denn aus für jemanden der mit mir befreundet ist der nicht mit mir befreundet ist der weil sie nicht freunde von freunden und so weiter und das problem war dass es dann eine schwachstelle gab es wird um vielleicht schon mal aufgefallen wenn ihr euch am handy in der app einloggt und dann zum beispiel messenger installiert dann müsst ihr teilweise nicht mein passwort eingeben sondern da steht einfach eure bild dann steht euer name und dann das bin ich klickt drauf und ihr seid eingeloggt das ganze funktioniert mittels sogenannten access tokens die werden generiert und somit braucht man dann eben kein passwort und kein benutzername jetzt ist das problem das hat sich da jemand also wer genau es war ist noch nicht ganz sicher zunutze gemacht diese anzeigen aus funktion hat er eben benutzt um diese access tokens auszulesen und dummerweise wurden in dieser wurden dieser funktion eine der facebook video player aus der version von juli 2017 geladen und der hat blöderweise auch noch diesen access token nicht für leute die das profil anschauen sondern für leute die das profil bearbeiten quasi erstellt und somit hatte der der hacker dann eben zugriff auf sämtliche daten könnte sich somit theoretisch direkt einloggen ohne passwort und e mail zu haben ja und dementsprechend ist das natürlich ziemlich kritisch facebook hat vorsichtshalber gleich mal circa von 90 millionen accounts diese anmelde tokens zurückgesetzt wenn ihr euch wenn ihr betroffen sein solltet dann bekommt ihr beim einloggen um eine meldung ja wichtiger sicherheitsinweis irgendwie es gab dann ein security breach und dieser token hat sich ja geändert dann kann es sein dass ich noch mal neu einloggen müsste das passwort neu eingeben müsst genau vielleicht betrifft es auch nur irgendwie hauptsächlich amerikanische nutzer es ist nicht so ganz klar also ich habe von einem bekannten aus österreich gehört der hatte das wohl ja aber so ganz klar ist es nicht und woher und wieso und wie das ganze läuft ist auch nicht ganz klar auffällig war nur das hat facebook wohl schon festgestellt dass diese funktion anzeigen aus sicht von in den letzten monaten oder in den letzten wochen wahnsinnig viele aufrufe und ungewöhnlich hohe aktivitäten hatte und naja wie gesagt ist aber schon mal ein gutes zeichen dass facebook sowas auch protokolliert und so anomalien dann erkennt das ist ja schon mal ein zeichen dafür dass die ein funktionierendes sicherheitsmanagement haben ja muss man einfach mal so sagen weil ich denke mal viele firmen die haben wahrscheinlich sehr viel it security kram gekauft aber der ist nicht miteinander vernetzt und die kriegen auch nicht mit wenn da irgendwas seltsam ist oder sich anders verhält und deswegen muss man da auch wirklich facebook mal ein was zugute halten dass die sowas halt auch monitoren und dann eben auch proaktiv darauf reagieren ist natürlich blöd dass sowas passiert ist aber das passiert dem besten von den besten muss man wirklich sagen immerhin hat sie haben schnell gehandelt okay okay da hat jemand die hunde raus gelassen kann man kann man zumindest zuguteißen dass sie schnell gehandelt haben relativ schnell also es wurde kurz nachdem das aufgekommen ist zumindest gleich diese tokens zurückgesetzt inwiefern natürlich jetzt schon da irgendwelche daten oder irgendwelche accounts kompromittiert wurden kann man nicht sagen aber wir hoffen wahrscheinlich wahrscheinlich haben wir das glück dass wenn der podcast dann veröffentlicht ist hat sich die situation so geklärt dass unsere informationen hier total veraltet sind aber das ist einfach die gefahr wir nehmen das jetzt am 29 9 auf die ganze geschichte das heißt bis vielleicht bis zum release von dem podcast kann sich da schon wieder einiges getan haben aber aktuell ist eben der stand der dass man noch nicht so genau weiß vielleicht weiß es facebook aber hat es noch nicht an die öffentlichkeit weitergegeben was da eigentlich sache ist und man weiß natürlich auch nicht für welche zwecke das ganze gemacht wurde man kann nur spekulieren und da gibt es natürlich jemand facebook ist ein schlaraffen land für datensammler und man sieht es ja damals an cambridge analytica schlaraffen für datensammler das ist ja genau das hatten wir ja vor einigen folgen thema war das nicht sogar die erste podcast folge die erste war glaube ich mit dem regierungshack die zweite gewesen sein auf jeden fall haben wir da schon drüber gesprochen und das ist natürlich auch sehr lukrativ dann eben für solche datensammler für werbung und so weiter und so fort interessanterweise waren sogar die konten vom ceo mark zuckerberg und vom ceo sherry sandberg betroffen also auch die sehr 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 blöd wenn die dann auch noch irgendwelchen privaten kram über das ist ja wirklich was eine horror vorstellung von meiner seite auch bei so messenger diensten wo man ja teilweise wirklich schon sehr private sachen schreibt oder halt dann auch mal sich sagen wir mal sehr ja nicht gerade wohlwollend gegenüber personen äußert wenn sowas mal geknackt wird und dann zum beispiel auch deine freunde dann vielleicht alles lesen können was da geschrieben wird und so da habe ich ja wirklich also da muss ich ehrlich sagen da hätten wahrscheinlich viele leute auf der welt echten problem und das ist ja genau das was hier eben passieren könnte was aber auch keine lösung ist da ich mal komplett auf die dienste zu verzichten ich meine die gefahr die besteht so eine latente unsicherheit und gefahr hast du immer und letztendlich kann ich da vielleicht nur den tipp geben naja vielleicht dann wirklich nur im real life über irgendwelche leute lästern oder so oder keine ahnung du hast jetzt müssen ja nicht unbedingt freunde sein also da hast dich über den chef mal wieder ausgekotzt irgendwie in einem chat oder so auf facebook und der ist dann auf einmal durch einen zufall irgendwie öffentlich oder keine ahnung irgendwie das ist schon das kann schon echt bitter werden und deswegen und das stelle ich mir so auch bei mark zuckerberg oder so stelle ich mir das äußerst bekannt vor wenn solche informationen dann wirklich im internet sind und da der die halbe welt hat er dann interesse an dem sein leben was der so treibt und wenn dann private chat protokolle oder auch e-mails oder so das ist schon echt heftig aber das kann dir bei jedem dienst passieren das ist einfach so und da muss man dessen muss man sich einfach bewusst sein glaube ich aber mir fällt auch nichts besseres ein also ich würde jetzt euch gerne empfehlung geben macht dies macht jenes eine empfehlung die haben wir schon zehntausend mal gebracht ist der messenger streamer zum beispiel oder signal oder sowas wo halt der betreiber selbst nicht mal an die daten rankommt und ja deswegen sollte man da vielleicht mal gucken dass man sich so hin orientiert und vielleicht zu so einem anbieter dann geht wenn man sowas schreibt aber echt ganz schwierig ja gut anyway ich würde sagen wir gehen mal zum nächsten thema oder habt ihr noch irgendwas zu facebook ich glaube dazu ist diesmal alles gesagt weil machen wir mal weiter mit dem nächsten thema und das ist so ein wunsch thema eigentlich von mir gewesen aus gegebenen anlass ich habe es jetzt mal cloud first cloud only genannt einfach mal das thema cloud computing im speziellen ja allgemein macht das sinn wo kann man da hingehen was gibt es denn für möglichkeiten heutzutage weil viele sich vielleicht für viele sind vielleicht die möglichkeiten noch nicht so klar und auch für unternehmen mal nur so am rande vielleicht mal für unternehmen aber weil ich halt weiß dass auch ein paar administratoren uns hier immer zuhören und zuschauen dass man einfach mal so ein bisschen auf das cloud auf die cloud einfach eingeht und der hintergrund war eigentlich folgender wir haben jetzt bei kurs of you fast den stand erreicht also wir sind jetzt noch in der umsetzungsphase aber fast den stand erreicht dass wir komplett in der cloud sind also dass wir eine geiles buzzword cloud only company sind bingo ich finde es so geil aber das benutzen halt vertriebler ganz gerne ja sind sie auch eine cloud only company oder ja auf jeden fall sind wir dann eine cloud only company wir haben alle ressourcen die unsere leute hier betreffen also sprich redakteure aber auch in unserem business also bei der kurs of you services alles in der cloud alle server alle systeme ob das jetzt die buchhaltung ist ob das dokumentationssysteme sind ob das jetzt keine ahnung unser video archiv zum beispiel das ist ja das war die größte herausforderung und das sind wir das ist aktuell auch noch offen das sind noch einige gigabyte ich glaube sogar zwei terabyte die noch in die cloud müssen und das ist halt schwierig weil das liegt hier alles noch bei mir zu hause und das kommt noch aus der zeit wo halt kurs of you wirklich auf einen ort beschränkt war wir sind ja mittlerweile über ganz deutschland verteilt ja münchen hier zum beispiel im raum hier natürlich mit mir hier coburger landkreis aber dann auch weiden in der oberpfalz zum beispiel oder dann richtung frankfurt aschaffenburg köln das heißt wir können eigentlich gar nicht mehr so arbeiten die wir das früher gemacht haben also früher das klingt so krass aber das sind trotzdem mittlerweile schon fast zehn jahre wieder wo ich damals eben mit nico zusammen kurs of you angefangen habe wo wir wirklich noch da bin ich mit dem fahrrad zu ihm hingefahren mit der usb festplatte wie er dann videos gekattet hatte und habe ihm das video material auf der usb festplatte gegeben und dann wurde das dann eben geschnitten und verarbeitet das ist jetzt undenkbar das können wir gar nicht machen zum beispiel also das war aber auch noch die zeit da hatten wir noch nicht so viele serversysteme das war einfach war halt eine webseite youtube kanal und fertig und der rest die webseite die war auch noch bei einem free hoster damals da haben wir uns überhaupt keine gedanken gemacht und da kommen wir eigentlich her und wie gesagt jetzt ist es so dass dieser ganze kram alles in die cloud geschoben werden soll und wir haben uns da halt genauer gedanken gemacht und dadurch dass wir halt jetzt mittlerweile so viel auch schon seit jahren mit cloud cloud computing arbeiten sag ich mal können wir auch unsere expertise an unsere kunden weitergeben bei der kurs of you services das ist ja wer es nicht weiß das ist ja unsere firma dahinter das hier ist ja unser hobby projekt kurs of you.com und kurs of you services ist die firma die halt eben auch dienstleistungen anbietet und da können wir dann eben auch unternehmen oder auch privatpersonen unter umständen beraten was jetzt cloud computing angeht aber wir beraten euch jetzt hier auch völlig kostenlos völlig neutral hersteller neutral auch hier in dem podcast mal ein bisschen ich würde jetzt erst gerne mal in die runde fragen habt ihr euch beide mal überlegt so was habt ihr so für cloud anwendungen was benutzt ihr außer jetzt die sachen von kurs of you was benutzt ihr so in der cloud eigentlich fangen wir vielleicht mal beim david oder bei georg an keine ahnung ja ich kann auch anfangen was habe ich momentan in der cloud ich habe halt so ganz unwichtige dokumente zum beispiel oder so portable apps in meiner cloud wo ich halt einfach zum beispiel so reisedokumente habe dass wenn ich irgendwo mal verreist und sagt oh jetzt habe ich doch was vergessen auszudrucken dass ich das dann immer dabei habe also also zum beispiel deine bahntickets genau so was als pdf und da benutzt du was für ein dienst das ist jetzt mittlerweile one drive geworden okay kein dropbox okay das ist alles mehr cloud benutzen nicht nicht bewusst okay man muss ja dazu sagen das ist vielleicht auch so ein verständnisproblem bei vielen leuten die jetzt nicht so in der it sind cloud gibt es ja schon seit jahrzehnten das ist halt jetzt erst so ein modebegriff geworden seit einigen jahren wollte irgendwelche itler gedacht haben hey lass uns das mal ein bisschen besser verkaufen und wir brauchen einen geilen begriff dafür aber das was viele unter cloud verstehen gibt es schon seit jahrzehnten das nannte sich früher webhosting v server root server dedicated server das war einfach der der server in einem rechenzentrum oder eben webspace oder irgendwie sowas oder und wenn es nur ein e mail postfach ist bei einem provider das ist eigentlich auch schon cloud computing was jetzt natürlich in den letzten jahren noch dazu gekommen ist ist einfach diese krasse automatisierung von den clouds dass ich oder skalierung auch dass ich meine ressourcen skalieren kann beliebig und solche geschichten im laufenden betrieb besten noch nach minuten oder sekunden abrechnung das war früher noch nicht so dass es jetzt neu gekommen dadurch dass die cloud so getrendet ist aber an sich die technologie dass ich eben daten von on premise wie man so schön sagt von zu hause in ein rechenzentrum bringen und die das ganze dann darüber nutze oder sachen im rechenzentrum berechnen lasse oder wie auch immer das gibt schon seit jahrzehnten und das im b2b umfeld also im business umfeld unter firmen wird das auch schon seit ewigkeiten so gelebt also ich kenne es auch noch aus meiner firma da hat man dann auch zum beispiel kunden für erp systeme über vpn angebunden da hat man ja da hat man von hosting gesprochen aber im wesentlichen ist es eine cloud geschichte eine dienstleistung gewesen wenn wenn dann marketing mensch gewesen wäre das bestimmt auch als cloud betitelt und es war ja nichts anderes es war die hatten ihre erp systeme bei uns im rechenzentrum über vpn angebunden und das ist eindeutig ein cloud service gewesen david benutzt du so ja das ist bestimmt ein bisschen mehr so wie ich dich einschätzt ich war jetzt rechte überlegen aber was ich halt natürlich nutze ist es in dem fall zum beispiel in der ganzen fotos sind bin ich momentan immer noch dabei die cloud synchronisieren weil wie gesagt ich muss auch mal irgendwie eine zweitsicherung haben und ein bisschen was einfach mal auch so verfügbar haben weil ich meine festplatten jetzt auch schon ein bisschen älter muss man ein bisschen was weg sichern dann natürlich halt dokumente die ich häufiger brauche liegen natürlich bei mir auch in der cloud habe ich da drin dann hatten wir beides ja letztens auch erst irgendwie ja man will mal irgendwie collaboration mäßig was zusammenarbeiten oder auf einer maschine was machen dann hat man sich mal schnell irgendwie so eine vm in der cloud da zusammengeklickt und ja mit einem linux drauf um mal was zu entwickeln und keine ahnung nach einer woche schmeißt die dinge halt wieder weg wenn du es nicht mehr brauchst oder so genau super minuten genau abgerechnet genau lauter solche sachen und ja was habe ich denn noch an der cloud ich weiß nicht ist wahrscheinlich relativ viel nur so richtig auf dem schirm hat man es glaube ich gar nicht ich glaube das ist weit aus mehr als man vielleicht sogar denkt und das ist ja auch das schöne also was jetzt hier überhaupt noch nicht im gespräch war wenn man mal in richtung gaming denkt steam zum beispiel oder origin oder sowas was ein password manager stichtwort das ist ja im prinzip auch in der cloud heißes eisen ich möchte nicht wissen wie jetzt gerade unsere zuschauer oder zuhörer zusammengezuckt sind passwörter in der cloud oh gott oh gott reden wir gleich noch mal drüber aber das ist gut dass du es erwähnt hast du gerade mal im blick auf meine taskleiste aufgefallen ja weil weil da viele eben wirklich wie soll ich sagen ausschläge bekommen oder oder abdrehen aber da können wir gleich nochmal drüber reden darüber gequatscht genau oder firefox denke ich jetzt auch mal wer benutzt die synchronisation von firefox auch eine cloud anwendung dann bin ich gerade dabei vielleicht ja mal irgendwie notizen mäßig was auch in der cloud läuft vielleicht so one note oder sowas mal schauen genau das ist ja dann wieder die office 365 microsoft baustelle ist ja auch cloud also oder wäre zum beispiel noch ganz andere geschichte wäre zum beispiel unsere voice server also kurs of you hat der mumble server team speak server benutzt das ist ja auch cloud das ist bei uns in der cloud auf einem server bei kurs of you ist es eine virtuelle maschine die da läuft und da läuft also linux und da läuft eben dann unser mumble server und unser team speak server das ist auch in der cloud und das sind so sachen dass das da denkt man gar nicht dran also für einen ist so alles immer näher das ist ja lokal irgendwie installiert und ich glaube auch dadurch dass sich das alles so anfühlt oder man merkt ja diesen medienbruch gar nicht dass das jetzt schon cloud ist das macht die sache recht komfortabel vielleicht sollte man auch noch mal auf das thema ja kosten eingehen man muss sich auch immer überlegen weil ja viele unternehmen gerade bei unternehmen ist es immer so ein thema spar ich denn wirklich bei der cloud geld und da muss ich sagen das muss man sich wirklich genau durchrechnen wir haben dann gleich noch ein beispiel das hat georg vorhin mal durchgerechnet im vorgespräch zu unserem podcast da geht es aber um eine privatkundenlösung wenn man sich aber zum beispiel die cloud anguckt man hat als unternehmen virtuelle maschinen virtuelle server und sagt hey es wäre ganz cool wenn man die in die cloud schafft grundsätzlich wenn man zum beispiel diese public clouds ob das jetzt eine amazon ist mit aws oder microsoft azure wenn man sich die anguckt und die berechnen ja minutengenau teilweise sekundengenau deinen verbrauch von deiner vm und da ist mir so aufgefallen und das habe ich auch oft gelesen dass diese clouds ich glaube eins und eins bietet das mittlerweile auch an hetzner online die bieten alle so minutengenau abrechnungen an wenn man einen server wirklich vorhat 24 7 mit der gleichen last durchlaufen zu lassen dann ist das teurer wenn ich das in so einer skalierbaren cloud laufen lasse als wenn ich das jetzt in als normaler root server v server wie das früher hieß in einem rechenzentrum einfach hoste das ist fakt das ist einfach teurer dafür habe ich aber den komfort ich kann im laufenden betrieb beliebig hoch und runter skalieren das ist oder ich kann auch beliebig neue erstellen wieder löschen und wenn ich die nur drei minuten brauche das ist das was david ja vorhin gerade gesagt hat wir hatten jetzt den fall wir müssen was entwickeln für kurs of you auf linux ebene und wir haben einfach eine vm gebraucht da habe ich gesagt okay können wir auf meinem rechner machen oder offen david sein rechner macht aber keinen sinn weil wir eigentlich brauchen wir das nur kurz das muss jeder von uns darauf zugreifen können soll doch einheitlich mit unseren systemen eben laufen weil jeder hat ja wieder lokal nach einer anderen konfiguration oder andere irgendwie genau wo es anders läuft richtig und deswegen haben wir einfach gesagt okay lassen so eine vm zusammen klicken das war ruckzuck da wir konnten uns einloggen wunderbar jetzt wird das ding da auf dieser vm entwickelt wenn es dann fertig ist können wir es löschen ich hatte jetzt vor ein paar tagen hatte ich den fall dass ich eine virtuelle maschine von einem rechenzentrum ins andere migrieren musste und konnte das aber nicht direkt machen und dann habe ich mir einfach einen server geklickt und habe dann ein storage drauf installiert eine smb freigabe und habe dann eben den server über diese smb freigabe migriert von einem rechenzentrum ins andere und danach habe ich den server einfach wieder gelöscht wunderbare sache das ding hat mich die migration hat mich zehn cent gekostet und wenn ich jetzt so eine vm wirklich mal für einen monat dann angemietet hätte mit laufzeit wäre bullshit gewesen das sind so die vorteile da muss man sich halt drüber im klaren sein skalierung ein riesen mehrwert von der cloud dann habe ich oftmals ja das ding wenn ich jetzt so ich meine wir als course of you services wir beraten ja auch kleine unternehmen oder auch in meinem normalen day job ist es ja so dass wir auch unternehmen jetzt weniger aber früher habe ich das mehr gemacht auch unternehmen beraten in sachen hosting und wenn man sich teilweise anguckt gerade in so kleineren unternehmen jetzt eine schreinerei oder keine ahnung irgendwie ein kleiner einzelhandel oder eine druckerei oder irgendwie sowas so ein zehn mann betrieb oder noch kleiner die haben dann irgendwo in der besenkammer einen server stehen der ist 20 jahre alt gefühlt vielleicht nicht mal eine datensicherung nicht mal eine festplatten spiegelung drin gar nichts der total verstaubt vielleicht keine klimaanlage keine usv anlage um stromunterbrechungen zu überbrücken und wenn ich mir so eine kiste anguckt die dann auch noch jede menge strom braucht und wenig leistung hat und die haben ja de facto niemanden vor ort der sie betreuen kann sie haben zwar den dienstleister bestenfalls course of you services aber der dienstleister der tut sich natürlich auch leichter die sachen zu warten wenn die zentrale im rechenzentrum stehen also auch wieder ein punkt für die cloud eigentlich und das ist halt oftmals wirklich ein problem also die physikalische sicherheit wie es so schön heißt im it sicherheitsmanagement die physikalische sicherheit ist vor ort on premise bei vielen unternehmen einfach nicht gegeben weil die meisten unternehmen kein eigenes rechenzentrum haben also die meisten halten da kein eigenes rechenzentrum mit usv und ein pipapo vor das nächste ist natürlich auch die internet anbindung also welches unternehmen hat so eine gute internet anbindung um zum beispiel auch die dos angriffe abwehren zu können das ist völlig utopisch eigentlich für ein kleines mittelständisches unternehmen wenn man sich auch mal die preise anguckt was so eine synchrone dsl leitung kostet man muss allerdings auch dazu sagen das synchrone dsl leitung damit kannst du auch keine cloud dienste oder keine dienste nach außen hin anbieten das ist einfach unmöglich und da ist man halt in der cloud dann auch in einer ziemlich guten situation rechenzentren also zum beispiel wo wir unsere kurs of you server drin haben oder auch server für unsere kunden hosten da ist es halt eben so wir haben halt mehrere carrier die da eben reingehen also das heißt also das routing zu dem einzelnen anschluss ist auch relativ zügig wir haben peerings mit knotenpunkten wie amsix in amsterdam oder ddsx in frankfurt und zu diesen knotenpunkten haben auch die ganzen carrier also die ganzen wieder wie die telekom die ganzen provider nicht carry die provider wie eine telekom eine vodafone eine o2 telefonica die haben da peerings hin das heißt also der datenverkehr geht relativ schnell von statten und das ist einfach der große vorteil was die internet an die anbindung angeht natürlich klar und das sind so die sachen die eigentlich für die cloud sprechen an sich jetzt erst mal es gibt aber auch sachen wo ich sagen muss da muss man ein bisschen aufpassen thema security natürlich aber an sich sage ich mal und das ist jetzt wirklich eine steile these werden mich viele für hauen ist aber die it security in der cloud kommt auf dem anbieter darauf an wesentlich besser als die it security on premise das gleiche beispiel wieder wie mit dem mit dem server in der besenkammer der bei 30 grad davor sich hin werkelt und keine wartung mehr drauf hat und so weiter hast du nämlich auch in der it security große rechenzentren oder rechenzentren auch die von course of view haben ein security operations center da sitzen 24 sieben leute dort die gucken nach passiert irgendwas seltsames im netzwerk und reagieren dann darauf wer hat sowas welche schreinerei welche welches kleine anwaltsbüro oder welcher zahnarzt hat sowas bei sich in der praxis oder in der firma zu hause das gibt es einfach nicht da gibt es niemanden der 24 7 aufs monitoring guckt und schaut ob da irgendwelche anomalien sind und kann dann dementsprechend reagieren das ist wieder ein punkt wo ich sagt es ist punktlos sicherheit jetzt was die angriffe von außen angeht eigentlich sogar genau besser und zum anderen ist es ja auch so dass viele leute obwohl sie das zu hause stehen haben trotzdem die dienste nach außen hin veröffentlichen weil sie es irgendwie brauchen da läuft mail server da läuft eine erp lösung die über eine app erreichbar ist oder vergleichbares und dann wird das ganze trotzdem nach außen hin veröffentlicht und dann habe ich ja auch wiederum sicherheitslücken das jetzt zu dem thema aber thema sicherheit ist halt auch viel mehr thema sicherheit ist zum beispiel auch datenschutz und da haben viele halt einfach ein problem das ist glaube ich auch so der punkt warum so eine gewisse cloud verdrossenheit in deutschland herrscht wenn du so mittelständler vor ein paar jahren noch gefragt hast als vertriebler oder so mit dem thema cloud ankam ist dann bist du schon vorsichtig wieder zur tür begleitet worden mittlerweile denkt man dann doch ein bisschen anders aber für viele ist es halt einfach noch ein no go ihre privaten daten irgendwo in die cloud zu schieben da muss man natürlich auch sagen okay da gibt es natürlich cloud anbieter wo man ein bisschen mehr bauchschmerzen hat für gewöhnlich sind es eigentlich so die us-amerikanischen anbieter microsoft cloud zum beispiel oder amazon aber man muss dazu sagen man kann da ja auch was dagegen tun ich kann meine daten verschlüsseln dann ist es schon mal schwieriger daran zu kommen natürlich nicht unmöglich da ist irgendwo gerade eine alexa losgegangen und es ist natürlich nicht unmöglich aber man hat zumindest einen gewissen grundschutz dass die daten nicht so an x beliebige herankommen und dann kann ich mir in der cloud ja meine umgebung genauso aufbauen wie zu hause und vielleicht sogar noch besser weil ich kann skalieren oder ich kann noch einzelne netzwerksegmente einrichten firewalls davor setzen ist zu hause natürlich auch keine schlechte idee oder in der firma eine firewall davor zu setzen aber wenn ich das in der cloud macht da bin ich halt wesentlich flexibler und was ich auch oder was wir bei kurs of you auch schätzen ist einfach die standort redundanz bei kurs of you haben wir ja server auf mehrere rechenzentren verteilt aktuell haben wir server in nürnberg münchen und in helsinki stehen und haben da eben zum beispiel redundanzen über diese rechenzentren und das ist halt ein vorteil den kann ich zu hause oder kann ich in der firma knicken außer ich habe mehrere standorte dann sollten die aber auch eine gewisse entfernung voneinander haben und das sind so sachen wenn man das alles in die kostenberechnung mit einberechnet weil im ersten moment ist cloud vielleicht immer ein bisschen teurer wenn man sich aber das mal alles vor augen führt diese standorte zu betreiben diese absicherung klimatechnik überwachung usv anlagen bmz internetanschluss und so weiter und so fort dann wird man mit der cloud definitiv billiger fahren als wenn man das ganze on premise irgendwie umsetzt und dann vielleicht noch einen zweiten standort ausbauen muss und da eine video überwachung reinbaut eine klimaanlage und so weiter und so fort und das sind so die die pros eigentlich für die cloud ihr merkt schon ich bin ein großer fan von der cloud ich meine muss dazu sagen der fairness halber wir verkaufen das natürlich auch als dienstleistung cloud bei uns können aber kunden trotzdem also wenn ein kunde bei uns sagt okay ich habe hier was geiles vor ort dann ist es okay aber wenn jetzt zum beispiel viele gründe wie schon gesagt die verstaubte besenkammer da ist dann werden wir natürlich versuchen den kunden zu empfehlen hey gehen die kurs of you cloud und da bekommst du dann dementsprechend eine gewisse absicherung das ist so der grund jetzt vielleicht noch die frage an an euch wieder mal in die runde was habt was seht ihr eigentlich so für risiken oder habt ihr irgendwelche befürchtungen wenn ihr cloud dienste benutzt oder sagt ihr hey das ist eigentlich ist so alles sicher oder ist noch nie was passiert oder macht ihr euch darüber überhaupt keine gedanken mittlerweile mehr also was jetzt zum beispiel meine dokumente angeht in meiner cloud das ist ja so das sind dokumente da ist es mir scheißegal wenn sie irgendwer mal in die hände bekommt also wenn irgendwer mal drankommen gern geschehen schaut es dir auch noch die möglichkeit die zu verschlüsseln also das wäre auch der ist ja jetzt nicht die sind ja nicht die hände gebunden das sind wahrscheinlich die daten die dann im one drive liegen wo du von gesagt genau genau und du hättest ja auch die möglichkeit möglichkeit zum beispiel eine eigene private cloud zu betreiben das ist ja das modell was wir bei kurs of you bei unseren kunden eigentlich fahren wenn die jetzt für ihre firma irgendwas brauchen dann ist es eine private cloud dann kann man das über vpn anbinden ist jetzt nicht alles so sexy aber du hast einen eigenen server und da bist du der herr drauf und dann ist in die daten auch verschlüsselt und du hast halt nicht das problem dass da noch ein anbieter da ist der vielleicht die entschlüsselungscodes oder so weiß das ist halt immer das ist das risiko was man vielleicht hat wenn man so einen public cloud betreiber nimmt oder so eine große cloud wie was weiß ich ein one drive oder eine dropbox oder google drive auch dann hast du da wirklich die hoheit über deine daten und ja das kann natürlich auch ein ansatz sein david wie ist es bei dir ja bei mir ist es so hat die bilder die momentan in die cloud reingesichert werden habe ich darauf geachtet das sind hauptsächlich oder eigentlich fast ausschließlich so bilder irgendwie urlaub landschaftsbilder oder so also nichts wo jetzt personen keine nackt fotos ja das sowieso nicht die werden nur für usb stick verschickt nein genau bluetooth infrarot natürlich nein also ich hatte da schon darauf dass das wirklich daten sind oder einfach bilder sind die jetzt nicht so kritisch sind wo jetzt sage okay keine ahnung landschaftsbilder generell fotografie langzeitbelichtungen video material das haue ich alles da hoch weil ich meine was was soll da passieren selbst wenn das irgendwie mal rauskommt meine güte da ist dann bild wie ich weiß nicht beim wandern irgendwo in der wallachai stehe ja i don't care so sämtliche andere dokumente oder auch private bilder oder so mit der familie da schaue ich schon dass ich die verschlüssel also gibt ja verschiedene möglichkeiten und schaue eben dass die vielleicht auch nicht jetzt in die unsicherste amerikanische cloud oder so reingeladen werden und wenn man ein bisschen darauf achtet denke ich dann fährt man da eigentlich auch ganz gut ich meine so viel anders auf der eigenen festplatte ist es eigentlich auch nicht nur dass man verfügbar hat genau und du sparst ja auch richtig viel geld wenn du überlegst also ich habe jetzt hier den fall das ist vielleicht ein extremer anwendungsfall aber es gibt bestimmt auch leute die das genauso haben vielleicht kleine unternehmen mit unserem video archiv bei kurso4u ich bin froh wenn die nass dann endlich weg ist die nass läuft jetzt seit vier jahren im dauerbetrieb wenn man sich mal die stromkosten anguckt und die kosten die wir durch den cloudbetrieb haben dann ist das natürlich eine ganz andere geschichte und vor allem auch die anbindung nach draußen früher wäre das undenkbar gewesen dass man ein video sag ich mal hier aufzeichnet und der cutter sitzt irgendwo in köln oder was weiß ich sonst wo das wäre unmöglich gewesen jetzt ist es möglich durch den durch das dass die daten ehe in der cloud liegen und jeder lädt die mit seiner geschwindigkeit vom internetanschluss runter die er eben zur verfügung hat ist es natürlich eine andere geschichte wie wenn ich jetzt hier mit meinen 16 mbit die videodateien mit full hd für den cutter zur verfügung stelle das ist undenkbar dass der sitzt da zehn stunden 20 stunden bis er sich den ganzen raw footage runtergeladen hat und dann kann er erst mit dem schneiden anfangen und das ist halt einfach so ein ding das schätze ich dann doch sehr und wie gesagt auch die stehen stromverbrauch oder bei dir jetzt mit einem urlaubsfoto geschichten die hättest du dann alle vielleicht auf einem server oder einem nass zu hause ja der braucht wieder strom der braucht wartung da gehen festplatten kaputt will man das unbedingt noch haben und ich bin auch mittlerweile so weit ich sag mal so ich habe einen ganzen tag mit server zu tun und so weiter dann möchte ich mich privat jetzt nicht unbedingt noch damit beschäftigen dass ich aus billigen schrott teilen zu hause irgend so ein home server zusammen denge weil natürlich für richtige teure hardware reicht das geld an nicht und privat ist es dann ein bisschen übertrieben sich so einen hp server oder eine ibm oder futsch zu kisten für 10.000 euro zu kaufen nur damit man was professionelles zu hause zu hause stehen hat das macht keinen sinn man muss die wartungskosten bedenken stromkosten das ist einfach darf man echt nicht unterschätzen das darf man nicht unterschätzen das muss man einfach mal genau das muss man einfach mal durchrechnen ich meine ich habe halt jetzt noch den den vorteil sage ich mal dass ich die erfahrung auch mit einer firma jetzt gemacht habe bei kurs of you dass wir das halt im größeren stil haben ich meine das ist kein geheimnis also unsere unser video archiv umfasst einige terabyte ich glaube mittlerweile sind ich müsste mal nachgucken wie viel terabyte wir schon in die cloud migriert haben also ich habe jetzt auch mal während des tech talks nachgeguckt das sind aktuell sind es noch drei terabyte die noch hochgeladen werden müssen und in der cloud befinden sich aktuell 8,5 terabyte videomaterial so also das sind so größen ordnungen sage ich mal da kann man mittlerweile schon echt geld sparen wenn man das ganze wirklich gut anlegt gut verschlüsselt man sollte sich vielleicht auch überlegen deswegen war es jetzt auch ganz gut dass ihr erwähnt habt dass ihr daten habt die jetzt nicht so kritisch sind das kann man sich als unternehmen auch überlegen zum beispiel was jetzt nicht so kritisch ist sind zum beispiel wenn ich jetzt wirklich video produzent bin video daten wenn ich youtube videos produziere dann kann ich solche video daten auch bei einem amerikanischen cloud anbieter hinterlegen weil da ist eigentlich so hauptsächlich wichtig okay der muss der storage muss billig sein und es muss einfach verfügbar sein und wenn ich das erreiche dann ist es gut und das kann ich halt bei amerikanischen cloud anbietern recht gut erreichen wenn ich jetzt zum beispiel dann meine buchhaltungssoftware in die cloud outsourcen möchte dann soll ich vielleicht doch überlegen ob ich nicht in den deutschen cloud anbieter nehme oder irgendwie ja zumindest das ganze dann schön verschlüssel und das sind so die gedanken die sollte man sich bei so einer cloud migration auch machen nicht nur die kosten auch so ein bisschen dieses datenschutz denken datenschutz heute müsste eigentlich felix jetzt auch noch mit dabei sein aber der hat ja schon im podcast datenschutz grundverordnung sich ja ausführlich darüber ja wohl schon fast ausgekotzt aber ausgelassen über die regelung ihr müsst natürlich dann auch mit eurem cloud anbieter eine wie nennt sich das ein vertrag zur datenverarbeitung abschließen dass daran sollte man auch denken da geht es einfach darum dass geregelt wird wie die daten bei dem provider bei dem hoster verarbeitet werden wenn ihr zum beispiel kunde bei uns werde dann müsst ihr das auch mit uns machen zum beispiel da gibt es dann auch vordrucke die die hoster zur verfügung stellen oder die cloud anbieter und das sollte man wegen der datenschutz grundverordnung machen so das ist schon mal die eine geschichte und die andere geschichte ist einfach immer so ein bisschen klassifizieren welchen schutzbedarf hat denn mein meine daten die ich da in die cloud packen man muss ja nicht die wie soll ich sagen die videodateien die fürs marketing verwendet werden für den imagefilm die müssen ja nicht auf dem gleichen storage liegen wie meine top secret personaldaten oder buchhaltungsdaten das kann man ja alles ein bisschen teilen und das gleiche kann man ja auch im privaten umfeld machen wer sagt denn dass ich im privaten umfeld nur eine cloud benutzen darf ich kann sagen okay für was weiß ich meine unwichtigen urlaubsbilder da benutze ich google drive so what macht es wenn wenn ihr euch wenn er sagt hey das ist wumpe wenn das mal ein data breach gibt und die daten sind dann im netz dann macht es dann nutzt diesen billigen storage diesen günstigen anbieter und nehmen für eure dokumente irgendeinen deutschen anbieter setzt dann auch eine verschlüsselung drauf zum beispiel mit boxcryptor kann ich nur empfehlen und ja dann dann ist es auch eine sichere geschichte und das kann ich empfehlen oder es gibt auch noch andere anbieter die sowas verschlüsseln früher gab es tru krypt es gibt jetzt vera krypt kann ich aber auch nur bedingt empfehlen vera krypt weil da wird ja mit containern gearbeitet und wenn sich da was ändert in dem container wird die komplette datei neu hochgeladen macht keinen sinn also da macht es eher sinn solche tools zu nehmen wie eben boxcryptor die dann eben einzelne dateien verschlüsseln da gab es auch noch eine open source variante von boxcryptor die fällt mir gerade nicht mehr ein aber wie gesagt der weg ist klar wo es dahin geht so jetzt haben wir über diese ganze geschichte geredet was jetzt server angeht was storage angeht was jetzt noch fehlt ist zum beispiel applikationen in der cloud also ich kriege es immer mehr mit dass zum beispiel buchhaltungssoftware in der cloud läuft wie bei kurs of you haben übrigens auch unsere buchhaltungssoftware in der cloud im deutschen rechenzentrum aber in der cloud hat den vorteil wir können von allen endgeräten darauf zugreifen wenn zum beispiel ein kunde seine rechnung bar bezahlt dann können wir ihnen auf dem tablet die rechnung präsentieren können die dann über das tablet an seine e mail adresse schicken können beleg über einen drucker zum beispiel noch ausdrucken oder kann auch über ec karte bezahlen das geht auch das geht aber auch nur weil das ganze über die cloud läuft wenn es irgendwo on premise wäre könnte ich sowas gar nicht machen dass ich egal wo ich bin beim kunden vor ort könnte ich dann sowas gar nicht realisieren und das ist halt so eine geschichte die kriegt man auch nur mit der cloud hin wo vielleicht mal in die runde habt ihr in eurem unternehmen oder vorherigen unternehmen cloud umgebungen genutzt oder war das bei euch überhaupt kein thema bei uns war es tatsächlich es ticket system das war nämlich für mehrere standorte und es war dann quasi als cloud lösung dann organisieren okay aber ihr habt das selber nicht groß sondern es war wirklich eine software service beim hersteller vielleicht sogar also da dürfte ich ja jetzt auch nichts näheres sagen wo und bei wem ja ne klar es ist logisch ich meine bloß nur war es jetzt der hersteller oder habt ihr das selber in einem eigenen rechenzentrum gehabt also das haben wir tatsächlich selber gehostet okay aber halt auch in der cloud verfügbar damit jeder darauf hin greifen kann macht ja auch sinn david ja ich würde sagen bei uns ist es ich bin ehrlich gesagt ich weiß es nicht genau aber ich glaube eher weniger weil ich denke dass es in der banken it ist es dann doch lieber im eigenen rechenzentrum als in irgendeiner cloud also ich meine ich kann mir gut vorstellen dass wir einen eigenen cloud system betreiben für unsere kunden aber ja naja gut ihr habt die eigenen rechenzentrum bei euch wäre es ein bisschen vermessen zu sagen ja ihr habt ja ihr habt ja ihr habt ja nur eine besenkammer das wäre ja quatsch wenn man das sagen will fünf sechs große besenkammern genau mit ein paar tausend rechnern also ich denke ich also bin ja gar nicht so sicher ich glaube ich wüsste eine anwendung die irgendwie cloud basiert glaube ich läuft das ist so ein system um um rechtschreibung zu überprüfen in den ganzen dokumenten die das automatisch mit ich schätze mal mit einer datenbank die in der cloud liegt abgleich aber ansonsten sehe ich da bei uns ja das ist dann doch eher die ausnahme aber das ist auch durch noch mal ganz anderes ganz anderer bereich denke ich weil da geht es richtig also ganz andere daten genau aber so der trend also merkt man wirklich auch bei den ganzen it system häusern also jetzt mal uns eingeschlossen course of you services da merkt man auch immer mehr dass die auch immer mehr auf cloud anwendungen setzen und das hat ja auch zum beispiel das thema habe ich jetzt ganz außen vor genommen hat ja auch lizenzgründe oder lizenz vorteile nenne ich es mal wenn ich zum beispiel als admin bist du wenn du microsoft umgebungen hast immer leid geplagt was die lizenzierung angeht wenn ich aber eine cloud only strategie fahr und habe alles in der microsoft cloud dann kann ich lizenzrechtlich also muss ich mir schon wirklich sehr dumm anstellen dass ich das falsch lizenziere also es geht bestimmt also wenn jetzt hier irgendwelche microsoft lizenzprofis unter unseren zuschauern sind es geht bestimmt aber es ist schwieriger weil ich habe da einfach mein kontingent dass ich buche ich habe meine user anzahl die ich da eingeben ich benutze vielleicht azure active directory da kommen wir dann auch noch mal dazu die hatten dieses diesen monaten problem azure active directory aber wenn ich das benutze dann habe ich dafür meine lizenzen gekauft das wird genau nach dem verbrauch abgerechnet wenn ich das aber on premise betreibe bei mir in der besenkammer dann kann ich so viel falsch machen ich kann unter lizenziert sein ich kann lizenzverstöße haben was die zugriffe angeht da gibt es ja so viele lustige lizenzmodelle bei microsoft wo teilweise die mitarbeiter selber gar nicht mehr durchsteigen und das habe ich einfach wenn ich so ein software as a service angebot oder wirklich in cloud only strategie fahr da habe ich diese ganzen geschichten einfach nicht und das sehe ich auch im menschen vorteil oder wenn ich zum beispiel unsere buchhaltung software hernehmen die läuft in der cloud beim anbieter ist zwar ein deutsches rechenzentrum aber es läuft eben beim anbieter in der cloud und der rechnet dann nach user ab und ich kann auch nur so viele user einloggen wie ich lizenziert habe so fertig aus einfaches modell ich bin ich unter lizenziert ich bin compliant wie so schön heißt wunderbare sache und das sind so die vorteile die ich halt auch bei der cloud sehr schätze es gibt aber allerdings auch sachen da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet einfach sachen die überhaupt keinen sinn machen in die cloud zu geben und da gehört zum beispiel auch dazu wenn ich jetzt eine sehr sehr schlechte internet anbindung habe dann ja aber das ist in deutschland ja wirklich noch realität fragt georg das ist einfach noch ein problem in deutschland ich bin ja hier auch noch nicht so gut unterwegs aber ich bin zumindest besser unterwegs als vor ein paar jahren mit meinem hybrid anschluss von der telekom muss ich die telekom mal loben mache ich sonst eigentlich ungern aber das hybrid war das beste was mir hier passiert ist aktuell noch besser wäre natürlich vdsl oder glasfaser ist klar aber als überbrückungstechnologie bis dann endlich mal das andere verfügbar ist ist es tipptopp und da habe ich jetzt hier sage ich mal roundabout zwischen 40 und 50 mbit down 10 mbit ab das ist okay das ist besser als vor ein paar jahren damit kann ich leben damit kann ich aber auch alle cloud dienste nutzen wie gesagt kurs of you mittlerweile cloud only habe ich ja schon tausend mal gesagt und ich kann alle sachen benutzen bei uns ich kann unsere file server in der cloud benutzen ich kann unsere ganzen kollaborations tools benutzen ich kann auf unsere buchhaltung wunderbar zugreifen ich habe keine probleme damit und ich kann auf unsere management server zugreifen ich mache installationen von zuhause aus also ich kann wirklich komplett aus dem home office praktisch arbeiten gut wenn ich jetzt vor ort sein müsste wäre ein bisschen schwierig würde ich dann in nürnberg im rechenzentrum sitzen oder münchen oder jetzt auch in helsinki bisschen schwierig aber wie gesagt das geht alles von zuhause aus aber es gibt natürlich wirklich unternehmen die auf dem platten land sind oder die wirklich aus dummen sagen mal dummen zuständen vor ort sehr schlechten internet zugang haben und für dies natürlich so eine cloud strategie bullshit das muss man natürlich sagen das wären nur gängelei und das funktioniert nicht gibt es allerdings auch unseriöse unternehmen muss ich wirklich sagen ich habe es erst bei einem kunden erlebt den wir in einer anderen sache betreuen dem wurden hosted exchange in der cloud empfohlen das ist ja alles soweit ganz gut aber man hat nicht bedacht dass diese ganze geschichte nicht funktionieren kann weil die nur eine 3 m bit leitung haben für 20 mitarbeiter so wenn ich den exchange on premise habe dann kann ich ja über das lokale netzwerk auf die postfächer zugreifen und auf den kalender und so weiter und so fort habe ich den aber in der cloud muss ja jede anfrage über das internet gehen nicht nur wenn mails verschickt werden sondern auch die abfrage hat es fräulein müller in seinem kalender jetzt einen termin morgen zwölf uhr und das ist natürlich völlig in die hose gegangen aber diese dieses unternehmen hat trotzdem sein hosted exchange verkauft und dieses unternehmen benutzt trotzdem hosted exchange über die cloud obwohl nur drei mbit verfügbar sind blöd unseriöses unternehmen muss ich dazu sagen also ich würde so was nie raten unsere kunden die bekommen offen und ehrlich gesagt das macht sinn oder man testet das vorher auch alles aber nicht sowas und das hätte man sich wirklich an drei fingern abzählen können dass es wirklich in die hose geht dementsprechend haben die ständig unterbrechungen verbindungen brechen halt ab die können kalender nicht abrufen e-mails brauchen ewig um rauszugehen naja weil der ganze traffic der in der internen datenbank beim exchange es geht ja auch über das internet wenn der exchange on premise wäre würde ja nur der mail datenverkehr übers internet gehen aber so geht halt alles über die über die internet leitung ist eine blöde geschichte so wo macht es auch keinen sinn thema david unternehmen david wir nennen die namen natürlich hier nicht aber die haben großes rechenzentrum und da macht es natürlich auch keinen sinn das ganze dann sag ich mal nicht on premise zu betreiben wenn ich die voraussetzung habe wenn ich sogar eine zertifizierung noch habe warum soll ich das ganze dann noch on premise betreiben das sind so die gründe und da muss man einfach abwägen aber wir beraten da gerne und wir gehen da gerne darauf ein wenn ihr vielleicht noch fragen dazu habt schreibt uns eine mail oder schreibt vielleicht in unser forum auch da kann man gerne noch drüber diskutieren und es gibt auch noch um das thema mal abzuschließen dann kommen wir dann zu unserem nächsten thema das war es auch ein bisschen mit cloud zu tun hat es gibt auch zum beispiel daten wie finanzdaten oder zum beispiel gesundheitsdaten da muss man auch genau gucken welche voraussetzungen muss man da rechtlich erfüllen um sowas in die cloud zu schieben aber nichts ist unmöglich also auch das kriegt man in die cloud das kann man auch in der cloud hosten aber das muss halt ganz speziellen regularien unterliegt sowas und da muss man wirklich ganz genau darauf achten wir selber haben sowas noch nie gemacht muss ich ganz offen sagen das würde ich auch jeden kunden so sagen und da muss man sich dann einfach auch rechtlich absichern und hilfe holen was wir aber jetzt noch gemacht haben und da habe ich auch gedacht das ist unmöglich sowas in die cloud zu bringen ist gaming und eben auch videoschnitt und da hat uns ein dienst geholfen der nennt sich shadow und da wird es auch nochmal ein separates video darüber geben aber ich wollte jetzt einfach mal darüber reden das ist auch so ein bisschen auch ein grund gewesen warum wir das jetzt angeschnitten haben shadow ist ein start-up gewesen das sich damit beschäftigt hat einen gaming rechner in der cloud anzubieten und das ding hat auch ordentlich bumms man muss dazu sagen das läuft auf einer basis von der nvidia gtx 1080 auf einem xeon prozessor mit 8 threads und 12 gigabyte ddr4 ram und eine 256 gigabyte ssd die man aber nochmal mit einer 1 terabyte ssd erweitern kann für schlankes geld und eine internet anbindung von down ein gigabit und ab 100 mbit und das ganze soll auch möglich sein auf 4k zu streamen das heißt also man hat dort eine virtuelle maschine das ist nichts anderes ich habe mal ich bin ja neugierig ich habe mal so ein bisschen geguckt mit was virtualisieren die die benutzen kvm das ist eine linux virtualisierungs lösung und haben dann eben ihre eigene software da rein geflanscht ich meine das macht sinn das ist open source und haben dann einfach ihren eigenen quercode da noch mit reingebaut und haben dann geschafft dass man in dieser kvm umgebung echte grafikkarten am laufen hat und dann auch performant das monitor bild über ein eigenes protokoll an den client geschickt wird so das haben die realisiert also man kann wirklich darauf zocken das haben wir jetzt getestet wie bei qso4u wir wollen das dann als videoschnitt vm verwenden ich habe ja schon erwähnt wir sitzen in ganz deutschland verteilt immer mehr leute ziehen irgendwo hin tobi jetzt auch wieder für seinen job wohin gezogen und dann können wir eben darüber dann auch schneiden und zusammenarbeiten an projekten das ganze ist eigentlich für gaming gedacht gewesen wer hätte das gedacht und die versprechen man kann auch mit einer 15 mbit leitung oder sogar über 4g problemlos damit arbeiten meine erfahrung ist ja die haben recht also ich war wirklich sehr positiv überrascht ich habe hier ja nur mit hybrid 50 mbit und ich kann da wirklich drauf youtube videos gucken in 4k ich kann ich kann videoschnitt betreiben gaming habe ich jetzt noch nicht ausprobiert muss ich ehrlich sagen aber ich glaube das wird genauso gut funktionieren das einzige ist wenn ich das natürlich dann auf die eigentlich bandbreite die ich hier habe hoch stelle die qualität also wenn ich hier auf 50 mbit einstellt dann funktioniert das nicht mehr richtig liegt aber wahrscheinlich am hybrid weil es hybrid ja dass den datenstrom teilt und wieder zusammenfügt im rechenzentrum und dann schätze ich mal funktioniert es nicht aber wenn ich über meine dsl leitung den datentransfer laufen habe dann funktioniert es echt super also ist echt eine geile geschichte und es ist auch so vielleicht mal auf das preisliche das hat der georg vorhin auch interessiert er hat das nämlich mal ganz genau durchgerechnet das kostet im monat 44 95 wenn ich erstmal nur für einen monat das abonnement abschließen möchte dann kann ich es monatlich kündigen auf drei monate kostet 34 95 und auf zwölf monate 29 95 wenn man sich mal zusammenrechnet was das ganze dann kostet georg das mal ein bisschen vorgerechnet oder genau ich habe das ganze mal vorher ausgerechnet also mit zwei jahren würde man auf 720 euro kommen bei drei jahren auf 1080 euro und bei fünf jahren ist man bei 1800 euro gut wenn man dann weil sich anguckt was zum beispiel eine grafikkarte kostet was ssds kosten was unter umständen eine ordentliche cpu kostet und was das dann noch an strom verbraucht auch noch genau was das an strom verbraucht das darf man auch nicht vergessen dann könnte ich mir vorstellen dass es schon günstiger ist es ist jetzt nicht wahnsinnig viel günstiger aber es ist günstiger und da sind wir auch wieder bei der bei der zielgruppe das kann ja nicht jeder benutzen also jemand der zum beispiel auch kein gutes internet hat der kann das erstmal knicken den würde ich das nicht empfehlen am besten funktioniert sag ich mal wirklich bei vdsl 50 da ist es wirklich eine bombengeschichte bei 100 braucht man nicht drüber reden hast du keinen schmerz und bei glasfaser kannst du mit 4k arbeiten und es wird sogar bald auch die möglichkeit geben mit 4k und zwei displays zu arbeiten also das ist auch kein thema für die leute wird sowas funktionieren aber für jemanden der jetzt keinen guten internet anschluss hat wird das auch nicht funktionieren und für leute die zum beispiel es gibt ja leute die lutschen ihre hardware wirklich aus die reizen das wirklich aus sagen okay mein pc den habe ich jetzt fünf jahre bis er wirklich auseinander fällt und zur not zocke ich halt keine games mehr die nicht mehr drauf laufen und so für die leute wird sich das auch nicht rentieren aber für die leute die immer wieder am aufrüsten sind eine gute internet verbindung haben äh und sich leisten können für die leute ist es wirklich eine geile geschichte und ein anwendungsbereich ist anhand eines kurs of for you redakteurs mir vorhin eingefallen wäre zum beispiel ich habe nur ein macbook ich bin apple fan und ich möchte aber auch ab und an mal zocken und ich habe eine gute internet leitung naja dann nutze ich dieses angebot habe die möglichkeit mir die games dann über shadow zu streamen äh und nutze aber ganz normal mein macbook kann vielleicht noch maustastatur bildschirm dran anschließen und zocke dann windows games auf einem macbook dafür ist das ding auch optimal das gibt sogar einen linux client das heißt ich kann sogar theoretisch mir einen raspi nehmen und dann über ein raspi was weiß ich äh battlefield zocken also das wäre zum beispiel auch möglich und deswegen finde ich das jetzt nicht so abwägig aber man muss halt wirklich gucken ist es für meine lebenssituation äh das richtige cloud produkt und ähm ja georg ähm was ich noch was mir gerade eingefallen ist ähm also mit der lösung bist du der unbeliebteste typ auf der lahnparty ja gut stell dir mal vor du kommst nur mit so einem raspi vorbei oder so oder macbook kommst du mit macbook auf die lahnparty das wäre noch okay aber äh wenn dann einer die ganze leitung raus äh zieht weil er sagt ja ich will jetzt aber in der höchsten ich streame ja alles ja ich streame alles ich will alles in der höchsten leistung ja ey wir wollen auch noch unsere spiele spielen ja gut aber auf der anderen seite ähm ja es kommt halt immer drauf an was für eine lahnparty aber der vergleich ist oder das stimmt schon wenn es eine 10 gig lahnparty ist wie bei einem großen kanadischen youtuber bei der dreamhack zum beispiel die meinst du doch ne bei der dreamhack wo die mit wie viel gigabit das war ja krank 120 gigabit mit dem steam caching server oder so das ist ja total krank ne aber das war auf jeden also wenn du auf so eine lahn gehst dann hast du kein problem dann sag ich ach komm die 50 mbit was der da braucht für sein streaming scheiß drauf ähm aber das ist natürlich ein argument klar also wenn ich mir zum beispiel den internetanschluss wenn ich hier 50 mbit hab bin aber in einem haushalt mit was weiß ich drei geschwister noch und äh notorisch netflix guckern und amazon prime video guckern dann wird es schon echt eng also dann muss man sich da auch gedanken machen man kann natürlich zu solchen stoßzeiten das ganze auch äh runtersampeln lassen die qualität es geht natürlich man kann natürlich wenn man sich auskennt auch die äh Hausmitbewohner runterdrosseln über eine feier wollen macht man sich natürlich nicht so beliebt ist aber technisch möglich ähm aber das alles kann man machen das will ich nur mal sagen da muss man sich halt einfach überlegen äh ob es für einen Sinn macht es gibt auch das ist aktuell allerdings ausverkauft eine sogenannte shadowbox das ist ein ein Stück Hardware wahrscheinlich ist da auch ein Raspi oder irgendwie so ein Mini-PC drin so ein so ein Intel-Nook oder keine Ahnung ähm und da kann man dann seine Peripherie also Maustastatur Bildschirm anschließen ähm der Würfel kostet 119,95 ist gerade nicht äh im Angebot ähm wäre aber auch möglich vielleicht noch ein anderer Hinweis wo stehen denn die Server von denen die stehen in Frankreich dessen muss man sich auch bewusst sein Internetanbindung ist grandios also Speedtest hast du wirklich 1 Gigabit down und 100 Mbit up alles tippitoppi funktioniert super hast auch kein äh Download Limit ich hab auch mal und das ist sehr untypisch für mich ich hab auch mal die AGBs äh grob überflogen das machen sonst eigentlich immer andere Leute bei Curso4U ähm und äh hab ehrlich gesagt nix Schlimmes entdeckt also die sind erstens mal verständlich formuliert fand ich auch sehr untypisch und sehr wohlwollend formuliert ähm was mir bei der ganzen bei dem Dienst noch nicht so eingeht ist allerdings die Lizensierung die verwenden Windows 10 Home ähm ich mein ich mach ja schon seit einigen Jahren Hosting und Cloud und so weiter ähm und mir ist noch nie untergekommen dass man äh vielleicht gibt's mittlerweile eine Möglichkeit aber mir ist nicht untergekommen dass man Windows Home vermieten kann bei Microsoft oh wenn jetzt ein Lizenzprüfer zuhört guckt mal bei der Firma Blade vorbei äh äh Quatsch äh aber das ist wirklich seltsam also ich weiß nicht wie die das machen vielleicht haben die einen exklusiven Vertrag mit Microsoft in den AGBs steht drin Windows 10 Lizenz brauchst du dir keine Gedanken machen die wird von uns gestellt also nicht dass da dann drinsteht ja du bist selber verantwortlich musst dich drum kümmern nee wird gestellt aber ich weiß nicht ist übrigens auch deutschsprachig verfügbar also alles gut falls da jemand Bedenken hat aber wie gesagt mir geht nicht ein wie das lizenziert wird natürlich äh ist auch vielleicht ein Punkt ähm Thema Datenschutz wenn ich das Ding jetzt wirklich und da komme ich schon zu meiner nächsten Frage als ähm einzigen PC verwende ähm Thema Datenschutz ich habe meine Dokumente drauf ähm dadurch dass es Windows 10 Home ist habe ich keinen Bitlocker ich kann meine Festplatte nicht verschlüsseln das wollte ich nämlich machen ich habe gehört ja gut machst du deine Festplattenverschlüsselung drauf wir nehmen das zwar nur für Videoschnitt aber egal ne ich meine mit gutem Beispiel voran und so geht nicht kannst du vergessen ähm das nun mal so am Rande und jetzt die Frage an euch beide beantworte ich auch gleich von meiner Seite könnt ihr euch vorstellen das als einzigen PC zu verwenden unabhängig davon Georg ob das Internet reicht nehmen wir mal an du hättest Glasfaser würdest du das machen oder würdest du sagen nee als einzigen PC nee definitiv nicht dazu ist mein PC zu viel Daten graben ja aber wenn du jetzt zum Beispiel nehmen wir mal an du würdest dir ein günstiges Notebook kaufen für dein Büro graben und zum Zocken das Ding wäre okay für dich oder dann prinzipiell ja also wenn ich jetzt wirklich sage ich habe jetzt keine Lust mehr in so einen äh riesen Rechner zu investieren wäre das schon äh eine Alternative weil es ist halt das Schöne du hast halt immer äh die aktuellste Grafikleistung auf dem Markt das ist halt auch das Schöne dran aber so wirklich so als einziger PC nur noch wenn also wenn damit einberechnet ist dass man auch noch so Office Sachen noch hat absolut nein ja naja ich könnte mir das echt so vorstellen dass man sagt okay ich habe mein Büro Notebook und äh habe dann noch einen Bildschirm extern dran und äh Maustastatur und wenn ich zocken will oder Videoschnitt dann nehme ich dieses Teil mit dem Client wenn ich mein Bürogramm mache meine privaten Daten und so weiter äh dann mache ich das in dem in der Shadow4M äh Backup ist vielleicht auch so ein Thema ähm die sagen zwar sie sichern die Sachen aber ähm wenn was weg ist ist was weg das sagen aber auch viele Hoster also bist du selbst dafür verantwortlich ähm ganz ehrlich mein Tipp falls ihr vorhabt das zu benutzen Cloud Backup ganz klare Sache ihr habt 100 Mbit Upload äh ihr könnt da ohne Problem in der Nacht mal eine Datensicherung in die Cloud schieben lassen kein Problem und wenn dann was ist könnt ihr das wieder herstellen äh saubere Sache David kannst du kannst du dir das vorstellen ähm nein weil ich liebe Hardware ich kann auch nicht ich weiß nicht ich könnte das nicht ich bin die beiden gerne am schrauben am basteln hab gern was in der Hand und ich weiß nicht was ich mir vorstellen könnte wäre zum Beispiel irgendwie wie es auch schon öfters gesehen hat was jetzt immer mehr oder was hoffentlich vielleicht auch dann langsam mal vor dem Marsch kommt dass du wirklich ein potentes Notebook hast also prozessortechnisch und schließt dir zum Beispiel eine externe Grafikkarte an über Thunderbolt oder sowas aber ich weiß nicht reinglaubt vor allem muss man sich überlegen wenn du kein Internet hast was machst du dann da kannst du gar nichts machen oh mein Gott da kannst du nicht mal mehr naja wenn du jetzt wirklich sagen wir mal wirklich nur eine Raspi hast oder ich weiß nicht so ein keine Ahnung alten so ein ja dieses Intel Atom oder dieses Blade Ding das Ding kann doch nichts das ist doch strunzdumm du hast gar nichts das ist vergleichbar vielleicht wie so ein Synclient in Unternehmen wo du einfach nur ein RDP Client oder was weiß ich VMware Horizon Client drauf hast oder einen Citrix Client der sich dann einfach Richtung Server verbindet mehr ist es auch nicht also von daher ja muss man sich gut überlegen ist ein gutes Argument also ich würde sagen also ich kann mir das Modell von Georg auch gut vorstellen jetzt für meinen Teil ich mag zwar Hardware auch ganz gerne aber ich hänge jetzt nicht so dran und wenn ich zum Beispiel auch an die Stromrechnung denke ja gut sagen wir mal ganz ehrlich sagen wir mal ganz ehrlich 29,95 das kann sich jeder Azubi leisten wenn jetzt wirklich ein Azubi dabei ist wohnt in der Stadt hat gutes Internet wird vielleicht von den Eltern noch bezahlt das Internet ey Leute dann für 30 Euro einen geilen Gaming Rechner zu haben oder eine alte Kiste unter dem Tisch zu haben da sind schon wirklich Welten dazwischen deswegen also ich könnte das dann mir schon vorstellen oder ich kann es ich würde es auch anderen empfehlen Stichwort empfehlen und dann kommen wir zu den anderen Themen falls ihr Bock habt das auszuprobieren ist kein Placement wir haben keinen Vertrag mit denen aber wenn du bei den Kunden bist dann kannst du anderen Leuten was weiterempfehlen und sowohl wir als auch bin ich transparent wir kriegen auch was dafür als auch derjenige der sich was bucht kriegt 10 Euro glaube ich im ersten Monat gut geschrieben deswegen in der Beschreibung ist ein Link wenn ihr da drüber euch so ein Shadow Teil holt oder über einen Code wenn ich dran denke blende ich den ein wenn ihr mit diesem Bestellcode euch so ein Teil holt testweise oder auch längerfristig dann bekommt ihr von Kurs O4U Schrägstrich von denen 10 Euro und wir bekommen dadurch auch was ihr unterstützt uns wir unterstützen dich auch mit deswegen falls ihr das vorhabt könnt ihr gerne machen ansonsten schreibt vielleicht auch mal in die Kommentare wäre das für euch ein Thema oder könnt ihr euch sowas so gar nicht vorstellen also wir haben ja jetzt glaube ich breit drüber erzählt was dahinter steckt für eine Technologie ich vermute mal dass es noch weitergehen wird es gibt auch andere Anbieter die da in den Markt mittlerweile rein wollen im professionellen Umfeld wenn ich zum Beispiel an VMware denke die haben vor einigen Jahren schon ähnliche Lösungen vorgestellt die haben ja auch so ein oh Gott wie heißt es PC over IP heißt den ihr Protokoll glaube ich wenn es noch das ist für diese VDI Umgebung also Virtual Desktop Infrastructure da verwenden die dieses Protokoll und da konnten die auch schon zum Beispiel CAD Anwendung also das betrifft jetzt wirklich Unternehmen die sowas vorhaben übers Netzwerk schicken über ein eigenes Protokoll aber das ist nochmal eine andere Hausnummer und das hier ist bezahlbar bei VMware wie gesagt ist im Enterprise Bereich also wirklich für große Unternehmen gedacht das ist nicht bezahlbar sowas für einen Privatmann zu verwenden ist unbezahlbar und das ist glaube ich auch der Grund gewesen warum viele warum das noch nicht so angeboten wurde auch die Bandbreite klar also brauchen wir nicht drüber reden aber auch einfach die Lizenzkosten sowas gibt es von einem Anbieter der hat ein Patent drauf der hat teure Software drauf also Schrägstrich ja Patente halt VM wäre und dann kann sich das so ein kleiner Haus dann nicht leisten es hatten bestimmt viele schon die Idee sowas anzubieten aber es war einfach unmöglich weil es eben nicht wirtschaftlich ist sowas anzubieten und ganz ehrlich wenn dieser PC im Monat 150 Euro kosten würde ich glaube dann wird kein Mensch sagen okay das mache ich aber mit 30 Euro oder eben meinetwegen im ersten Monat wenn man es testen möchte 45 Euro das ist verschmerzbar das ist wie ein Handyvertrag genau ja genau so ist es gut gut dann würde ich sagen gehen wir mal in die anderen Themen ich muss das Tappen mal wieder her holen und dass wir nicht zu lang werden wir haben ja immer das Problem wir nehmen uns immer so viel vor kommen wir doch mal zum Microsoft Ignite das ist ja auch so eine was ist das eigentlich eine Entwicklerkonferenz zum Microsoft glaube ich irgendwie sowas genau ja auf der Ignite Konferenz hat Microsoft eine im Prinzip virtuelle Windows Desktops in der Azure Cloud angekündigt und das Ganze die Demo so Ende des Jahres beginnen im Prinzip kann man sich das fast so vorstellen wie das was wir eben darüber gesprochen haben über dieses diesen Shadow PC schätze ich mal soll dann wird Windows Virtual Desktop heißen und die Zielgruppe sind hauptsächlich denke ich mal Unternehmen die eben ihren Mitarbeitern einen mobilen Arbeitsplatz bereitstellen möchten im Prinzip wahrscheinlich eine virtuelle Maschine in der Cloud wo sich dann User dann mittels Terminal Server einfach drauf connecten können und somit dann arbeiten können genau das ist dann praktisch das was wir gerade besprochen hatten wie es eben von Citrix oder eben von VMware auch gibt und das dann von Microsoft aus der Azure Cloud konnte man sich allerdings vorher auch schon zusammen klicken klar wenn du gesagt hast okay ich habe hier einen Windows Server in Azure als VM und dann tust du diese Rolle installieren das ging ja alles vorher schon aber jetzt wird es dann halt so sein dass man das wirklich ja bedarfsgerecht abgerechnet buchen kann so als fertige App schätze ich mal wird es dann laufen interessant mal gucken ob das grafiktechnisch genauso mit dem Shadow mithalten kann wahrscheinlich eher nicht schätze ich mal weil die Software von Shadow ist ja schon ziemlich angepasst auf diese Multimedia Anwendungen aber für Büro Geschichten durchaus interessant vor allem wenn man eine Cloud Only Company ist und da wird wahrscheinlich die Lizensierung dann auch passen schätze ich mal ich denke fast ja genau ich denke doch auch ja auch im Rahmen der Ignite Konferenz hat Microsoft Cortana für Firmen-IT angekündigt und in der Azure Cloud soll wohl Machine Learning und Bot Framework oder Bot Frameworks eben auch ein großes Thema werden und sie möchten eben eine Vielzahl ankündigen eben zu dem Thema gemacht es geht eben darum dass sie in dieser Cloud Umgebung auch Machine Learning Modelle mit Schwerpunkt auf Vorhersagen sich erstellen und trainieren lassen ich meine inzwischen geht ja der Trend immer mehr in Richtung künstliche Intelligenz KI so Sachen wie TensorFlow PyTorch und andere Frameworks eben und Microsoft hat Idee dass die Entwickler diese KI Modelle entwickeln können ohne sich daher vorher in solche komplexen Systeme einarbeiten zu können also vermutlich denke ich auch mal so Richtung Clicky Bunty wie genau das funktioniert ich sei mal noch offen gestellt Drag and Drop ja schauen wir mal genau und außerdem genau und außerdem ist halt auch die die zweite Standpunkt was sie eben hatten war eben Bot Frameworks oder eben ja so mittels diesem Bot Framework SDK ich schätze ich auch mal dass sie dass sie so eine Plattform erschaffen wollen mit dem man eben sich auch Bots zusammenbauen kann oder eben so ein Framework gestalten kann wie man es eben für seine Testfälle braucht genau gut dann hat sich ja noch was getan in Richtung Google Chrome der hatte ja 10-Jähriges genau das hast du glaube ich auch angeguckt genau zum einen zum 10. Geburtstag hat Chrome einmal ein neues Design bekommen die Tabs und die Adressleiste haben ihre Ecken und Kanten verloren und ja außerdem wird Flash gemobbt wie es die Überschrift so schön sagt ja ich meine Flash heutzutage das ist zwar so eine Sache ja leider ist es aber immer noch weit verbreitet also das ist schlimm das stimmt in VMWare wir haben es ja bereits in der letzten Podcast Folge erwähnt juhu endlich in der Herbstversion wird Flash komplett beim vCenter verschwinden jawohl endlich sehr gut ja die haben es geschafft also ich bin ich bin auch froh dass es viel langsamer geht weil es ist einfach nur noch eine Sicherheitslücke mehr ist das einfach nicht mehr genau und ja was außerdem noch beim Chrome passiert ist neben den neuen abgerundeten Kanten im Chrome 69 der quasi auch im Zuge des 10. Geburtstags gekommen ist gab es gleich mal also in meiner Sicht aus einen kleinen ja ich würde schon sagen irgendwie datenschutzkritischen Vorfall und zwar ist das Problem dass ja im Prinzip im Chrome 69 der Nutzer automatisch eingeloggt wurde obwohl er sich zum Beispiel noch nie mit dem Google Account im Browser verknüpft hat ja also laut laut Google ist das Ganze kein Problem und sie sehen das natürlich nicht so kritisch natürlich nicht aber ich persönlich finde das nicht so geil bin ich ganz ehrlich und aber du benutzt den ja auch nicht also von daher ja aber wie gesagt es ist naja es ist mal wieder so eine Sache aber wir kennen da kann man wieder drüber philosophieren siehst du ein Beispiel wir haben es vorhin echt verpennt deswegen greife ich das mal kurz auf mit dem Passwortmanager in der Cloud das müssen wir ganz kurz noch aufklären aber das passt zu dem Thema jetzt ganz gut weil man speichert ja auch wenn man sowas synchronisiert ja auch Passwörter unter Umständen in der Cloud und da haben wir ja zum Beispiel eine ganz gute Lösung gefunden das ist jetzt kein Placement keine Werbung oder irgendwas aber wir benutzen F-Secure Key das ist ein Passwortmanager von der Firma F-Secure und der ist in deren ja Cloud und der bietet eben die Möglichkeit meine Passwörter von Device zu Device zu übertragen das Ganze basiert auf einer Token-Ebene das heißt ich habe dann einen Token und dann kann ich eben andere Geräte neue Geräte hinzufügen ich habe keinen Benutzernamen Passwort ich habe einen Wiederherstellungscode den ich mir unter Umständen ausdrucken kann in meinen Safe legen könnte theoretisch zu Hause und kann dann von überall drauf zugreifen und das ist halt auch wieder so ein Ding bei einem Browser zum Beispiel wie viele Leute beim Chrome zum Beispiel benutzen den um die Passwörter da abzulegen man muss aber überlegen bei welchen Unternehmen lege ich das ab Google ist ein Unternehmen das lebt von den Daten auch von den Passwörtern natürlich sagen die die machen nichts damit man weiß es aber nicht F-Secure verdient Geld mit Vertrauen mit Security mit nicht mit Daten und die gehen mit sowas ganz anders um da gibt es natürlich auch andere Hersteller die das machen uns ist das Ding halt einfach mal positiv aufgefallen und deswegen benutzen wir das und die Firma F-Secure Day vertrauen wir einfach auch das ist halt auch wichtig wenn ich so einen Cloud-Dienst einsetze dass ich ja Vertrauen hin habe ich wollte es jetzt nur nochmal auflösen mit dem mit dem Client du benutzt es ja jetzt auch schon einige Zeit und bist recht happy mit glaube ich auf jeden Fall und nochmal zum Vorhin auch wenn Leute sagen ja E-Passwort in der Cloud wenn die es in Google Passwort-Ding speichert ist es auch nichts anderes das ist eben das nur dass es bei Google ist das muss man auch überdenken und vor allem man kann es auch noch viel einfacher auslesen in so einem Browser wenn man jetzt nicht kein Passwort im Browser hat genau und das Ding unterstützt halt auch so zum Beispiel das automatische Einfügen von Passwörtern auf Webseiten und sowas also du musst die dann nicht im Browser einspeichern sondern die Daten werden dann eben über das Tool eingetragen auf der Website das ist natürlich ein Vorteil ich kann zum Beispiel diesen F-Secure Key wenn ich möchte auch lokal benutzen ich muss nicht die Cloud von F-Secure benutzen und ich muss ehrlich sagen ich finde halt immer um das Thema abzuschließen mit dem Passwortmanager ich finde es eigentlich sicherer wenn ich für jede Website es hat auch die Praxis gezeigt ein eigenes Passwort habe durch einen Passwort generiert durch einen Passwortmanager generiert als wenn ich sage ich nehme immer das gleiche Passwort ich kann es mir aber merken und brauche deswegen keinen Passwortmanager und verzichte meinetwegen auf die Cloud und das ist einfach der Punkt das eine ist bequem aber der Passwortmanager ist auch bequem und wenn ich den überall dabei habe durch diese Cloud-Synchronisation dann habe ich auf meinem Handy auch meine ultra komplexen Passwörter kann die zum Beispiel mit einem Fingerabdruck entsperren den Passwort safe und komme an die Daten ran an die Passwörter muss ich aber nicht ich kann das auch über eine PIN-Eingabe oder wie auch immer machen und dann habe ich da hochkomplexe Passwörter die ich generiert habe habe für jeden Dienst mein eigenes sorgt natürlich dafür dass ich irgendwann mal ich bin mittlerweile ohne Scheiß bei 800 Passwörtern ich habe heute mal nachgeguckt im F-Secure-Key da ist bestimmt auch viel dabei was ich gar nicht mehr brauche aber ich lösche es halt nicht weil mache mir die Zeit nicht und gehe da alle Passwörter durch und brauche ich auch nicht weil es gibt eine Suche oder es trägt sich automatisch ein also ist Wumpe und da ist halt dann der Faktor Sicherheit doch größer wenn ich so ein Tool einsetze und überall individuelle Passwörter habe wie zum Beispiel jetzt mit dem Facebook Data Breach nehmen wir mal an da wären die Passwörter im Umlauf gewesen es ging ja über eine API aber wenn jetzt die Passwörter im Umlauf wären dann hätte ich kein Problem mit weil dann würde ich mein Facebook Passwort einfach ändern neu generieren abspeichern fertig aus oder wie zum Beispiel bei MyFitnessPaul war ja vor Jahren ein Data vor einem Jahr glaube ich ein Data Breach da war ich ja auch Kunde oder bin ich noch Kunde Passwort geändert egal wenn ich das überall einsetze teilweise weiß ich da ja gar nicht mehr wo bin ich überall registriert kann es zu blöden Überraschungen kommen und deswegen sag ich mal Daumen hoch für Cloud basierten Passwort Manager vielleicht noch der Hinweis man kann natürlich auch sowas wie KeyPass ist ja ein Open Source Passwort Manager der hat eine verschlüsselte Datenbank die kann ich in die Cloud legen zum Beispiel in meine eigens gehostete Cloud oder in Dropbox oder OneDrive oder Google Drive wie auch immer und kann da auch meine Passwörter verschlüsselt ablegen nutze einen Cloud Dienst der vielleicht potenziell als unsicher eingestuft wird aber ich habe trotzdem meine verschlüsselte Datenbank da drin und kann überall auf die Daten zugreifen muss allerdings dazu sagen das KeyPass ich habe es selber ausprobiert auf dem PC ist es okay aber auf dem Handy ist eine Katastrophe also da nutze ich dann doch lieber ja das stimmt da nutze ich dann doch lieber den Passwort Manager von F-Secure und das ist halt auch eine Firma die hat erstmal wie gesagt Security Unternehmen und die haben einen Ruf zu verlieren und die sind auch dem europäischen Datenschutz unterliegen die auch dadurch dass sie eben aus Finnland kommen und die Skandinavier die haben sowieso auch nochmal einen ganz anderen Bezug zu Datenschutz anders wie vielleicht ein US-amerikanisches Unternehmen gut dann haben wir das auch oder Georg wolltest du noch was dazu sagen ja also als Unwissender wie viel kostet das denn äh red mal nach dem Podcast drüber okay ähm ich hätte jetzt bloß gedacht dass es auch für die ähm Zuhörer interessant hat ach so ähm so ein so ein Listenpreis ähm genau also Listenpreis liegt glaube ich bei lass mich mal auf F-Secure.com David du kannst schon mal weitermachen ich guck nach dem Preis äh äh weitermachen weitermachen Sekunde Sekunde jetzt hast du mich ein bisschen sehr überrumpelt jaja damit hat er jetzt nicht gerechnet so ah genau und zwar um folgendes Thema geht's ähm ja äh die Bundesregierung hat moniert äh aus äh aus Ansicht des Bundesinnenministeriums dass deutsche Unternehmen einfach zu selten den Kontakt zu Behörden äh suchen wenn sie Opfer eines Hackerangriffs geworden sind und ähm ein großer Grund ist da oft die Angst oder die Sorge vor einem großen Imageschaden ähm ja und das Problem besteht aber trotzdem ich meine solche Angriffe sind wichtig dass sie gemeldet werden da muss sich drum gekümmert werden äh weil da kann vielleicht auch viel viel äh Schaden bei anderen Unternehmen abgewendet werden oder vielleicht auch sogar bei bei Regierungsorganisationen und äh es bringt ja nichts wenn man irgendwie still einen kleinen Kämmerlein für sich inne behält ha ja wir hatten einen Data Breach aber die Nutzer die davon betroffen sind die erfahren halt davon dann nie es ist aber auch so ähm sprich äh Datenschutzgrundverordnung oder eben auch äh die ähm wie heißt das IT Grundschutz ähm ist es so dass du solche Sachen ja trotzdem den Usern melden musst ich meine ähm deswegen ich sag mal so du bist da nicht ganz vor gefeit auch wenn du sagst ich melde das jetzt den Behörden erstmal nicht erstmal ab einer gewissen Größe machst du dich strafbar wenn du es nicht meldest ähm und zum anderen hast du halt auch äh dann vielleicht wenn es dann rauskommt am Ende hast du halt dann auch noch mal ein größeres äh Vertrauensproblem also nicht melden ist eine ganz dumme Idee und natürlich äh wie es so oft heißt ist Prävention natürlich das A und O aber wenn das Kind dann schon mal in den Brunnen gefallen ist naja was will man dann machen ähm zum Preis habe ich jetzt habe ich ganz vergessen ich glaube ich habe es nicht erwähnt es gibt eine kostenlose Version da liegt die äh Datenbank lokal die kann sich jeder ziehen bei fsecure.com ähm die gibt es für ähm PC für Mac gibt es für ähm Android und für iOS und dann gibt es halt diese Cloud Variante die David und ich benutzen ähm dass du es eben auf alle Geräte synchronisieren kannst und da liegen wir beim Listenpreis 29,90 Vertriebspartner kriegen das billiger ähm also sprich wenn ihr bei einem Händler eures Vertrauens anfragt äh kriegt ihr das billiger Kurs of You kann es aktuell nicht anbieten also falls ihr vielleicht gedacht habt Kurs of You Services aktuell noch nicht ähm äh vielleicht wenn wir es irgendwann mal anbieten können dann kriegt das mit auf unserer neuen Website dann ähm und für zwei Jahre kostet der ganze Spaß 50 Euro Listenpreis wie gesagt wenn ihr es haben wollt guckt nicht bei fsecure.com guckt bei einem Vertriebspartner ähm da kriegt das billiger ihr kriegt sogar bei jedem Mediamarkt und Saturn und so weiter ihr kennt diese Elektromärkte äh ohne jetzt konkrete Namen nennen zu wollen hab ich schon gemacht aber ist wurscht ähm da kriegt das auf jeden Fall billiger das nun mal als Hinweis und kostenlos testen können das halt eben ohne Synchronisation äh oder wenn ihr sagt mir reicht das On-Premise dann äh aber immer schön Backup von eurem Rechner machen wenn der dann mal abbraucht ist es natürlich auch blöd dann wenn die Passwörter weg sind gut dann gucke ich mal zurück in unsere Liste wo sind wir jetzt eigentlich beim Georg genau wir sind bei mir ähm denn Microsoft hat wieder die Spendierhosen an diesmal geht es um das Office 365 Home Abo da sind jetzt anstatt 5 Personen dürfen das 6 Personen äh benutzen und es darf auf einer unbegrenzten Anzahl von Rechnern jetzt auch installiert werden äh was auch noch sehr cool ganz interessant ist jeder hat einen Terabyte Speicher im OneDrive von diesen Benutzern ähm auch bei Business Kunden hat sich was getan ähm da ist es nämlich so äh dass Skype ja immer mehr in diese Team Plattform Teams eingeworben wird also das ist sowas wie Slack wo halt Teams sich unterhalten können Dateien austauschen können ähm und da ist es jetzt auch so dass man Statusmeldungen interne und externe Chats und äh die Kontakte aus Skype auch anscheinend jetzt in Teams äh übernehmen kann ähm auch eine Sache von Teams ist dass man Meetings mit so 250 Teilnehmern jetzt äh durchführen kann braucht man unbedingt ja ja auch von äh außerhalb also nicht nur innerhalb der äh Organisation wobei ich mich wirklich wundere wer hat wirklich so große Meetings ja wenn da hört doch eh geht alles durcheinander ist ja bei uns drei ja schon so ja das stimmt wenn überlegen mal noch wo wir damals in Mumble mehr Leute waren irgendwie so zehn Leute das da hast du ja fast gar nichts mehr verstanden teilweise oh ja vor allem wenn die anderen dann irgendwas zocken nebenbei und der anderen wollen über was anderes reden oder die essen was währenddessen ja das gab es auch ja gut ja und äh zwei Sachen noch wo das betreffen also man soll die Chats in Teams auch ähm instant übersetzen lassen können und sie haben das Netzwerk äh verbessert also dass es zu wenigen Verbindungsabbrüchen kommt sehr gut sollte man bei Microsoft nicht denken dass es da Verbindungsunterbrechungen gibt aber ja kann natürlich auch vorkommen gut äh heute mal eine gewisse Besonderheit heute müssen wir mal den David jetzt schon mal verabschieden äh wenn ich so auf die Uhr gucke David hat von Anfang an gesagt er kann heute nur bis zu einer gewissen Uhrzeit es ist soweit ja und ich glaube deine Punkte sind soweit durch oder hast du noch einen Punkt ich glaube nicht ja einen Punkt hätte ich noch ganz kurz den kann ich noch anbringen dann ziehen wir den noch vor und dann würde ich dich oder würden wir dich schon mal verabschieden na klar dann machen wir den Rest zu zweit weiter und zwar noch ganz kurz RTL in UHD juhu gequälte Scheiße in äh Ultra-Health-Nation naja äh eigentlich geht es darum Fußball ist erstmals in 4K und sogar mit höher dynamischer äh mit höherem Kontrastumfang also mit HDR das Länderspiel zwischen Deutschland und Peru ähm äh 9. September wird dann erstmals in 4K mit HDR ausgestrahlt und ja ich dachte jetzt kann ich mein mein Mitten im Leben endlich mal oder Verdachtsfälle endlich mal in Full HD und Ultra na Full HD geht ja jetzt schon in Ultra HD oder 4K sehen leider noch nicht da muss ich mich enttäuschen und HDR schade ne es ist dann vorerst doch nur 22 Leute gegen einen runden Ball aber nun ja wer es braucht genau haben wir das auch noch angebracht genau wunderbar dann ich bedanke mich dass ich wieder dabei sein durfte und äh wir haben zu danken im nächsten Tech Talk wieder dabei genau wunderbar bis dann dann viel Erfolg noch ciao habe die so dann machen wir mal zu zweit weiter ähm du warst ja glaube ich noch dran mit deinen Sachen die wir gepickt haben deine Themen genau ähm ich habe jetzt als zweites ähm das Skype als Call Aufnahmen also die Aufnahme von Calls anbietet ähm das wird direkt in die Cloud sogar aufgenommen und steht für alle Anwender 30 Tage im Chat zur Verfügung ähm das kann man auch ähm lokal weg sichern wenn man möchte wenn man möchte und ähm die Anwender werden auch informiert wenn dann eine Aufnahme gestartet wird ähm was lustig ist äh es steht allen äh Windows ähm versionen zur Verfügung außer Windows 10 ja super aber das soll noch ähm nachgereicht werden aber wie gesagt fand ich halt witzig dass da Windows 10 bei der neuesten Version ja dass der Windows 10 irgendwie ausgenommen ist komisch ja gut wer weiß Microsoft hat sich da bestimmt was dabei gedacht ähm es ist ja auch immer die Spekulation dass irgendwie Teams äh Skype ablösen soll und so ja wer weiß wer weiß gut ähm dann haben wir noch ein Thema von mir oder mehrere Themen von mir einmal den Vivaldi Browser den kennt vielleicht der ein oder andere schon das ist so eine Abspaltung von Opera ja gewesen das war eine ehemalige Mitarbeiter von Opera äh die nicht mehr so zufrieden waren mit der ganzen Geschichte durch die Investoren die da reingekommen sind und so weiter und so fort die haben sich dann eben dazu entschlossen einen eigenen Browser herzustellen ähm den Vivaldi Browser und in der Version 2 kommt jetzt auch die Synchronisation das ist ja das was wir wieder mit Thema Cloud Computing ich kann da eben meine Passwörter meine Autofill äh Formulardaten also diese äh ja Formulare die sich dann automatisch ergänzen zum Beispiel ich hab hier immer Name Nachname und so das merkt sich dann eben der Browser oder eben halt auch Erweiterung oder URLs aber auch Notizen ich kann ja zum Beispiel auch Notizen oder Anhänge im Vivaldi anhängen äh deswegen finde ich den Browser eigentlich auch ganz interessant weil man sich auch zu Webseiten Notizen machen kann und solche Geschichten ähm und das kann man dann zukünftig auch synchronisieren das Ganze auch äh mit Ende-zu-Ende Verschlüsselung mit einem eigenen äh Verschlüsselungstoken der eben Vertraulichkeit ähm ja sicherstellt und äh Vivaldi soweit ich weiß die hosten auch in der EU aber das habe ich jetzt hier dem äh Blogbeitrag nicht entnehmen können aber ich meine dass ich das mal irgendwo gesehen hab dass die Server in der EU stehen ähm und wie gesagt ich glaube das ist auch ein ähm ja skandinavisches Unternehmen ich meine das müssten äh Norweger sein oder so aber sicher bin ich mir da gerade nicht weiß ich jetzt zufälligerweise auch nicht und ähm das Ganze ist halt eine schöne Geschichte sag ich mal dadurch dass der Browser eben zum Beispiel Norweger sind das genau der Browser basiert ähm auf der Chromium Engine und hat halt eben außenrum einige Features die wirklich interessant sind bei Opera hatte man früher noch einen Mail-Client mit drin äh braucht heutzutage glaube ich keinen Mensch mehr ähm und äh die haben halt so Notizengeschichten mit drin und der funktioniert auch zum Beispiel mit YouTube ganz gut da gab es früher immer so ein bisschen Probleme mit ähm zum Beispiel mit Firefox und da habe ich den dann als Alternative benutzt ähm oder auch für Netflix ähm ist das eine ganz gute Geschichte bei Netflix sollte man allerdings darauf achten dass der kein ähm Full HD unterstützt das liegt aber am Codec das kann der Firefox auch nicht bei Netflix das geht glaube ich nur mit äh Edge Browser oder ich glaube auf dem Macbook auch noch mit dem äh oder mit der App natürlich mit der Windows App von Netflix äh oder eben dann eben auch mit dem Safari auf dem Macbook ähm deswegen finde ich den ganz interessant einfach so als Zweitbrowser manche Sachen gehen in Firefox nicht so toll und wenn man nicht unbedingt die Datenkrage Google Chrome auf seinem Rechner haben möchte ist der Vivaldi echt eine gute Alternative mein Tipp vor allem der ist auch noch relativ flott also echt ja finde ich auch also ich nutze den ganz gerne als Zweitbrowser ich habe den auch hier für meinen äh für meine Sachen wie zum Beispiel Streamer Web oder auch für meinen WhatsApp Web habe ich den immer offen und Telegram Web ich habe so viel Messenger oh Gott ähm und da habe ich das dann auch immer offen und der performt echt ganz gut auch für YouTube äh muss man nicht unbedingt den Chrome benutzen kann man dann auch den Vivaldi Browser benutzen gut ähm so viel jetzt ja jetzt äh wo du gesagt hast äh dass du halt recht viele Web-Anbindungen in Vivaldi benutzt äh hast du schon mal darüber nachgedacht äh nachgedacht äh dir Franz zu holen also einfach so ein Programm wo du mehrere Messenger-Dienste äh einbinden kannst du wirst lachen das hatte ich aber das hatte sich dann irgendwie mit meinem ähm was war das mit meinem Virenschutz nicht äh Franz muss man dazu sagen das ist so ein Tool da ist auch WebKit oder Chromium dahinter und da kannst du dir individuelle URLs oder URLs zum Beispiel wie so vordefinierte Apps Web-Apps wie zum Beispiel Facebook Messenger Web äh äh Streamer Web oder eben auch ähm WhatsApp Web kann man sich da einfügen und so als Tabs dann anzeigen lassen und es gab bei mir ab und an Probleme nach Updates oder mit dem Virenschutz ist das ein paar Mal kollidiert deswegen hab ich's wieder runtergeworfen aber vielleicht geht's ganz gut aber ich bin mit dem Vivaldi aktuell ganz glücklich und wenn ich das synchronisieren kann dann ist es auch okay aber ich hab's mir schon mal angeguckt äh dieses Franz und ich hab mir noch ein anderes angeguckt war Franz die Open Source Variante da gibt's doch noch ein anderes äh oder war Franz die Closed Source Rambox ist Open Source ne Franz ist die die Kauf Geschichte und Rambox ist Open Source und die fand ich beide jetzt ne Rambox kriegst du auch kostenlos tatsächlich nicht richtig ja ja klar aber was ist jetzt Open Source ich glaub Rambox ist die Open Source Fork von Franz glaube ich ich weiß es nicht genau bin ich jetzt überbrannt ist egal aber ich hab mich dann ich glaube ich war zuerst bei Franz und bin dann zu Rambox weil Rambox hat auch unterstützt äh individuelle URLs einzufügen genau weil damals war Streamer noch nicht drin genau und deswegen und jetzt ist glaube ich bei Franz auch Streamer mit drin genau aber bei Franz gibt's jetzt irgendwie so eine Beschränkung ab einer gewissen Anzahl oder irgendwas ist es kostenpflichtig oder irgendwas ist da kostenpflichtig ich weiß es nicht mal ich hab jetzt fünf Dienste eingefügt und da ist jetzt noch nichts gekommen ja also gut ist egal aber ich bin damit einfach nicht warm geworden aber vielleicht braucht es der ein oder andere User hier der sagt oh ich hab hier so tausend Web Applications es gab auch so Sachen da war ich ganz mutig in der Firma hab ich dann versucht sowas wie zum Beispiel ähm Office 365 da einzubinden und solche Sachen hat nicht funktioniert oder auch unser Ticketsystem hat nicht funktioniert damit die Web Konfiguration von der Firewall das fand ich auch ganz elegant dass ich dann meinetwegen meine ganzen Firewall Web Konfigurationen offen hätte dann in so einem Ding ging nicht das hat mit Franz nicht funktioniert und dann hab ich's weggeworfen und auch mit Rambox hat's nicht funktioniert mit Vivaldi funktioniert das alles also und dann hab ich gesagt okay ne oder wenn zum Beispiel irgendwelche ähm ActiveX oder Flash oder so gebraucht wird braucht man ja für VM wer noch ähm hat auch nicht funktioniert und dann hab ich's einfach gelassen aber vielleicht geht's mittlerweile weiß ich nicht ne ich glaub nicht also wenn du jetzt wirklich so ActiveX Anwendungen reinhauen willst ich glaub das geht nach wie vor nicht also wer redet hier von wollen müssen ja bei solchen Admin Panels also das ist ja leider so gut ähm dann haben wir noch ein Thema aus Sachsen-Anhalt äh nichts politisches keine Angst da geht's um Funklöcher und ähm da wurden 1700 Funklöcher das fand ich beeindruckend deswegen hab ich's mal kurz mit reingepickt als Thema äh in drei Tagen gemeldet 1700 die haben so einen Funkloch Finder so eine App gelauncht äh und damit kann man dann eben äh Funklöcher melden und ähm die Funklöcher sollen dann oder die die Politik soll dann eben Druck auf die Netzbetreiber aufbauen um eben solche Funklöcher schneller ähm ja schließen zu können initiiert wurde das Ganze von der CDU und ähm die waren auch sehr überrascht dass so viele Funklöcher gemeldet wurden ähm ich muss sagen ich bin auch überrascht aber ähm es ist halt Deutschland was will man dazu sagen in Deutschland ist halt mit Breitband und Ausbau ist nicht so das sind wir jetzt nicht so die äh Streber ja ehrlich gesagt stimmt schon ja und deswegen ist es vielleicht auch normal aber man sieht halt jetzt auch mal die Dimension und ich muss auch ganz ehrlich sagen es gibt viele die haben das belächelt wenn ich keinen Empfang hab kann ich keinen Funkloch melden ne das ging natürlich trotzdem weil es gab auch einen Offline Mode man hat es halt dann die Position via GPS abgespeichert und dann wenn man wieder online war hat man die Position übertragen ähm aber es geht halt einfach auch darum mal so eine Bestandsaufnahme zu machen äh um einfach dann der Politik mal also so ganz für die Katz finde ich sowas nicht es muss halt dann was passieren und das ist oftmals das Problem dass einfach dann nichts passiert äh und man man hat drüber geredet aber es passiert einfach nichts und das ist glaube ich das größte Problem in Deutschland bei solchen Sachen aber grundsätzlich ist es gut einfach mal zu wissen wo stehen wir ist es denn wirklich so schlimm und ja man muss sagen in Sachsen-Anhalt ja es ist leider wirklich so schlimm wobei in Bayern sieht es wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel besser aus mit dem Breitband ehrlich gesagt auf dem platten Land also hier ist zum Beispiel Vodafone eine Katastrophe oh ja Vodafone mag ich überhaupt nicht auf dem Land ähm es gibt bei uns in der Nähe auch einen Ort ähm das ist ein absolutes Funkloch Sache ist die dass äh der Funkmasten der wäre schon da ähm deshalb bloß noch nicht aufgebaut und in Betrieb genommen und das ist schon tatsächlich seit Jahren äh und da hat einfach der Anbieter dann nichts mehr gemacht an den Dingen so quasi hm wir warten auf besseres äh auf besseres Wetter keine Ahnung das ist einfach da wie viele Jahre oder wurde vielleicht geklagt dagegen äh dass da irgendwie ein Gerichtsverfahren oder irgendwas läuft na momentan noch nicht aber die Gemeinde versucht den Betreiber schon dazu zu bringen aber äh die Lage ist halt einfach dass einfach eine absolute Funkstille da hinten ist in dem Dorf super toll ja das heutzutage 2018 in Deutschland in Bayern auch noch was ja immer so als Vorzeigebundesland äh zumindest von der CDU CSU nach außen weitergetragen wird hast du irgendwo keinen Empfang das ist ist Fakt und wir haben hier auch Ortschaften da hast du wirklich kaum Empfang also Vodafone habe ich hier zum Beispiel wenn ich die Haustüre zumache nur noch einen Balken damit kann man telefonieren aber mobile Daten kannst du vergessen Telekom alles tip top da habe ich äh hier 4G mit mit äh 40 MBit down das ist okay damit kann man arbeiten im Haus wohlgemerkt äh und draußen noch viel mehr aber ähm Vodafone kannst du vergessen und von O2 und E Plus da brauchen wir gar nicht reden da existierst du gar nicht da bist du gar nicht da wenn du die als Netzbetreiber hast bist du glaube ich äh 80% äh der Zeit hier auf dem Land bist du einfach offline und nicht erreichbar das ist wirklich traurig dass das es so ist aber gut mal gucken vielleicht wird sich was ändern die Politik will da jetzt Geld reinbuttern in die ganze Ausbaugeschichte wollen sie schon seit Jahren äh mal gucken wie sich das entwickelt gut würde ich sagen kommen wir zum nächsten Thema genau zum nächsten Thema das ist auch wieder von mir denn äh Spotify hat sein Download Limit Entschuldigung das Download Limit für Offline Songs auf 1000 Songs äh aufgestockt Sache war nämlich die dass das bisherige Limit du meinst 10.000 10.000 Entschuldigung ja 10.000 ähm weil das bisherige Limit lag bei 300 also 3333 Songs das war einfach so eine wahllose sehr sinnvoll das war eine wahllose Zahl anscheinend von Spotify und jetzt haben sie sich endlich mal erbarmt das Limit mal hochzusetzen weil es dann doch einige Power User gab die dann dieses Limit tatsächlich geschafft haben und sich dann gewundert haben hm wieso kann ich nicht mehr Down äh Offline Songs downloaden krass also ich hätte glaube ich in keiner Playlist 3000 Songs oder ich weiß nicht wenn ich alle Playlists zusammen nehmen würde hätte ich wahrscheinlich auch keine 3000 Songs also kann ich mir nicht vorstellen aber gut okay also wer es braucht tatsächlich hätte ich eine Playlist die entwickelt sich langsam zudem äh weil ich habe über if that then then äh also if that then this ähm habe ich äh eingestellt dass mir jedes ähm jedes Mal wenn äh diese Playlist rauskommt äh diese Woche für dich zusammengestellt äh dann setzt mir das automatisch in so eine äh Playlist hinzu du fuchst du das heißt du sammelst alle deine wöchentlichen Songs genau äh aber das funktioniert ja auch wirklich gut also äh da bin ich echt erstaunt teilweise was Spotify da auskramt also finde ich auch das trifft ja wirklich voll in schwarzen genial also liebe ich einfach also auf was für Songs ich da schon gekommen bin durch Spotify das ist echt unglaublich ja ich habe Bands äh das nur ganz kurz ich will den Tech Talk jetzt nicht allzu sehr in die Länge ziehen äh ich habe's ich habe Bands da war ich jetzt schon auf ein Konzert die habe ich nur durch Spotify kennengelernt die kannte ich davor nicht also wirklich geile Geschichte und ähm ich habe gerade mal nachgeguckt meine größte Playlist die ich zusammen mit David pflege unsere Rock und Metal Mix Playlist die hat 926 Songs und geht 60 Stunden aber da habe ich nichts mit 3000 aber wenn ich jetzt keine Ahnung mehrere solche Playlists hätte ich habe dann zum Beispiel noch eine Playlist weil ich ja nicht nur Metal höre aber halt überwiegend äh zum Beispiel Piano Backgrounds äh gut die hat 150 okay die geht 7 Stunden das ist so zum Entspannen warte mal apropos Entspannen da habe ich dann noch äh warte mal was war das hier für eine äh das war glaube ich eine Chill Out die hat auch nochmal so 600 Songs ja aber gut wie gesagt wir haben jetzt 10.000 yay wir können runterladen bis die bis die Leitung glüht äh wunderbare Sache äh wo nämlich auch das Problem irgendwie war dass äh manche Hörbücher irgendwie ähm also wie gesagt ähm Files eben aufgesplittet haben das heißt wenn du jetzt ein Hörbuch hattest dann hast du halt recht schnell äh irgendwie so über 1000 äh Stücke dann in deiner Playlist gehabt okay verstehe ja das macht natürlich Sinn gut dann gehen wir mal zum nächsten Thema das hat mich auch indirekt getroffen ähm macOS Wojave das ist jetzt äh ja draußen seit Montag ähm und da warnen jetzt einige Entwickler ähm davor die aktuellsten also erstmal das Ding zu upgraden äh weil es da eben scheinbar noch Probleme mit den äh Apps gibt oder mit der mit der Software ähm es soll wohl so sein dass einige Audio Anwendungen da Probleme bereiten äh bei Adobe und Microsoft sieht allerdings einiges oder sieht es aktuell eigentlich ganz gut aus mal so ein paar kleinere Sachen sind bekannt geworden äh aber die haben sich schon ganz gut drauf vorbereitet aber einige ähm Entwickler haben wohl ihre Hausaufgaben noch nicht so gut gemacht äh und da gibt es wohl das ein oder andere Problem ich muss sagen ich habe das gestern bei mir aufs Macbook drauf gepackt äh Mojave ähm bis jetzt sieht es ganz gut aus aber ich bin jetzt nicht so der macOS Power User ähm deswegen kann ich das jetzt nicht so beurteilen ob das gut läuft äh viele macOS Fans und Leute die jetzt wirklich tief in der Materie sind die sagen dass äh Mojave das neue Windows Vista von Apple wird ich weiß es nicht kann ich nicht beurteilen bis jetzt läuft das Macbook das ist auch nicht in Flammen aufgegangen nach der Installation oder ist warm geworden ähm also alles gut deswegen gucken wir mal vielleicht habt ihr auch Mojave bei euch installiert dann schreibt es mal in die Kommentare ob ihr irgendwelche interessanten Phänomene habt aber bei mir läuft alles und das ist auch wichtig ähm ich finde auch den neuen Skin ganz cool diesen Dark Skin sieht ganz cool aus ähm aber das sind alles nur so Oberflächlichkeiten aber dafür hat man ein Macbook das muss einfach nur gut aussehen oh jetzt habe ich hier wieder was erzählt ne oh ja gut ähm jo vorgezogen aber dann kommt noch mal Georg mit dem Thema rein und dann kommen wir schon zu den IT Security News genau äh denn von Windows 10 gibt es ein neues Update oder ist in der Pipeline äh und da die interessantesten Neuerungen sind zum Beispiel es ist sehr passend äh zum Thema heute die Cloud Zwischenablage die äh Zwischenablage wird nämlich äh AppSupport auf Wunsch äh zwischen zwei Rechnern synchronisiert das hängt sich äh ans Benutzerkonto das heißt wenn ich jetzt äh meinen Rechner anhabe und äh meinen Laptop gleichzeitig habe kann ich äh ist die Zwischenablage zwischen den beiden Geräten synchronisiert ähm mega funktioniert auch mit Bildern die dürfen aber laut Microsoft maximal 4 Mbit groß sein also Mbyte okay ähm und du hast jetzt auch einen Verlauf von dein äh sagst von deiner Ablage die kannst du mit Windows äh Vogelfrau aufrufen oh Gott wie lang hat man wie lang hat man da drauf gewartet ganz ehrlich ähm auf diese ähm Verlauf oder diesen Verlauf der Ablage da gab es ja so viele Tools mit denen du das nachrüsten konntest und so weiter oh und manchmal mir geht es zumindest manchmal so ich bin ja auch ein sehr großer Copy-Paste-Fan äh mit Shortcuts manchmal äh tue ich dann versehentlich ja eben Berufskrankheit ja und dann machst du Steuerung C und dann hast du irgendwas in der Zwischenablage was du eigentlich nicht mehr haben wolltest aber dann kannst du das andere immer wieder herholen weil das Fenster vielleicht schon wieder bei links zum Beispiel hast du das Tab schon geschlossen und ich hab den Verlauf bei mir nicht an aus Datenschutzgründen ähm und dann äh ist es halt so dass dass die URL weg ist und wenn ich dann einen Verlauf hätte dann hab ich die URL noch im Verlauf deswegen coole Sache man kann allerdings natürlich jetzt wieder mit der Datenschutzkeule kommen verstehe ich weil zum Beispiel auch Passwortmanager mit ähm Passwörtern in der Zwischenablage arbeiten dann wäre die dieses Passwort auch auf dem anderen Gerät oder in der Cloud weil natürlich die Geräte sich synchronisieren ähm aber dazu muss man dann auch noch sagen dass natürlich dann nur das Passwort drin ist wenn ich eindeutig generierte Passwörter hab dann kann man natürlich die Website nicht dem Passwort zuordnen ne oder dann fehlt auch noch die E-Mail Adresse also das ist ja nur ein Faktor dann hab ich nur das blanke Passwort äh ohne Zusammenhang ähm aber gut naja wenn du jetzt aber so einen Dienst hast wie KeyPass wo du zuerst mal deinen Benutzernamen rauskopierst und dann auch noch dein Passwort naja okay aber ja gut ähm man kann es auch irgendwie einen KeyPass einstellen dass er äh das Autofill dass er das erstmal so random hinschreibt und dann nach irgendein Algorithmus dann das richtige Passwort dann quasi einfügt cool ja gut also könnte man theoretischweise einstellen man kann was einstellen ja wahrscheinlich äh kann man das dann auch deaktivieren und äh wenn das dann raus ist ich denke mal da gibt es dann auch von mir ein Video ähm wo man sowas deaktivieren kann das geht bestimmt über die Registry irgendwie und wenn man muss ja dazu sagen wenn du dein Microsoft Windows nicht mit einem Windows äh Konto also mit einem Microsoft Konto verbunden hast dann funktioniert das ja auch gar nicht also du brauchst ja dann höchstwahrscheinlich die Anbindung an die Microsoft Cloud das heißt du meldest dich an Windows 10 dann mit dein Windows Konto mit dein Microsoft Konto an auf beiden Geräten und dann erst funktioniert die Synchronisation von daher wenn man das nicht hat dann äh funktioniert das ja schon mal gar nicht genau und dann ist das ja okay so sehr schön äh eine andere Änderung die es mit einbringt äh der Explorer unter Windows kriegt endlich einen Dark Mode ja okay cool wie wie Mojave endlich mal eigentlich schon ja naja gut also macht vielleicht sogar Sinn ich hab sogar gehört äh ich weiß nicht ob es stimmt dass es für die Augen gesünder ist wenn du äh weiße Schrift auf schwarzen Grund hast als äh weißen Hintergrund auf schwarze umgekehrt schwarze Schrift auf weißem Hintergrund soll angeblich gesünder sein deswegen Dark Mode ist vielleicht für manche Umgewöhnung aber es ist für die Augen wirklich gesünder angeblich also weiß es nicht ob stimmt ich muss ganz ehrlich zugeben also so Twitter verwende ich nur noch im Dark Mode oder auch viele Apps die es mir anbieten nutze ich tatsächlich im Dark Mode Streamer zum Beispiel auch es ist einfach tatsächlich angenehmer zum Lesen auch siehst du also das ist jetzt so das reine gefühlte ob es jetzt wirklich so wissenschaftlich so ist dass es auch wirklich gut ist habe ich zumindest gelesen aber gut da wird so viel diskutiert auch mit den Blautönen das muss ich ehrlich sagen oh Gott da können wir jetzt ein Fass aufmachen ich mach's ganz kurz mit den Blautönen es heißt ja auch immer dass die Blautöne vom Bildschirm dafür sorgen dass man da wird ein ein Stoff im Körper ausgesetzt der dich halt wach hält genau Melatonin Melatonin ja genau ich hoffe es jetzt nicht dass es was anderes war nee ich glaube das ist es sogar und da ist es dann so dieser Stoff der sorgt dafür dass der Körper denkt hey das ist ja hellig der Tag und du musst wach bleiben und so weiter dementsprechend wenn du an Smartphone oder PC Notebook arbeitest oder Tablet länger arbeitest am Abend noch im Bett zum Beispiel kannst du schlechter einschlafen und das ist was ich habe jetzt wirklich diesen Augenschonmodus auf dem Handy an und auf meinem Bildschirm abends auch ab einer gewissen Uhrzeit jetzt gerade übrigens auch und man gewöhnt sich dran man gewöhnt sich dran und ich muss auch ehrlich sagen ich kann seitdem auch besser schlafen ich bilde mir das vielleicht ein das kann wirklich sein aber ich bilde mir wirklich ein dass ich besser schlafen kann und irgendwie entspannter bin ich weiß es nicht da kann was dran sein muss aber nicht das ist immer so eine Geschichte aber ich empfehle euch das mal falls ihr da wirklich Probleme habt dann wenn ihr ziemlich lang noch am PC oder Handy seid und wer ist es von uns nicht schaltet mal diesen Modus ein klar am Anfang ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit den Farben aber ich konnte dann wirklich besser schlafen es ist wirklich angenehmer oder auch nachts wie oft gucke ich nachts wenn ich einmal aufwache kurz aufs Handy weil es auf dem Nachttisch liegt und macht dann die volle Helligkeit ihr ins Gesicht jetzt mit dem mit dem mit diesem Modus viel angenehmer wirklich viel angenehmer da mal kurz drauf zu schauen beziehungsweise ich mache mittlerweile zum Beispiel wenn ich nur nach der Uhrzeit gucke kann ich auch einfach meine mein Amazon Echo fragen aber gut das ist eine andere Geschichte stelle ich mir auch cool vor ja das das habe ich zum Beispiel ich habe wie ich krank war und ich konnte mich nicht so bewegen dann habe ich immer einfach Alexa nach der Uhrzeit gefragt wie ich im Bett war aber das ist eine andere Geschichte gut Alexa wie viel Uhr ist das ja dann sagt sie es dir also es funktioniert auf jeden Fall Alexa bring mir ein Bier ich muss aufs Klo ne Quatsch also kommen wir mal zu den IT Security News da habe ich auch ein bisschen was zusammengetragen wir machen es schnell wir sind nämlich jetzt schon fast bei zwei Stunden wieder bei Twitter gab es einen Data Breach und da wurden über eine API private Kommunikationsdaten also PMs abgegriffen die Leute die es betroffen hat die wurden bereits benachrichtigt also war nicht so schlimm wie bei Facebook aber es gab trotzdem Zugriff drauf und wir hatten ja eingangs darüber gesprochen wie blöd es ist wenn jetzt private Daten da über ja einfach mal so geleakt werden und das wäre halt jetzt hier der Fall gewesen also immer überlegen wir bei solchen großen Plattformen ob man da unbedingt Privates so austauschen möchte Stichwort Hackerangriff RWE wurde die Website lahmgelegt also dem Energieversorger das lag so ein bisschen an der Geschichte mit dem Hambacher Forst ich meine das hat glaube ich jeder mittlerweile mitgekriegt dass da eben eine Waldrodung durchgeführt werden sollte und die haben dann halt einen vollen DDoS-Angriff abgekriegt mittlerweile lassen sich die Jungs und Mädels von den Jungs und Mädels von Link11 das ist ein deutscher DDoS Security Anbieter ja DDoS Prevention Anbieter so rum schützen und mittlerweile ist die Seite auch wieder online und das sind auch keine internen Mitarbeitersysteme oder vielleicht sogar Kundendaten betroffen sondern es war wirklich nur die Website die halt eben durch DDoS-Angriffe als Protestmaßnahme eben lahmgelegt wurde Stichwort macOS Mojave da wurde auch eine Sicherheitslücke entdeckt nach der Veröffentlichung super wunderbar da ist es wohl möglich dass man die ganzen Privatsphäre Schutzmaßnahmen umgehen kann und zum Beispiel Apps ohne Nachfrage den Zugriff auf sensible Daten ermöglichen kann wie zum Beispiel Adressbuch und sowas ist blöd gelaufen und ich denke mal dass Apple da auch relativ schnell nachpatchen wird leider muss man allerdings sagen dass Apple mittlerweile was Security angeht fast einen schlechteren Ruf hat als Microsoft ist schade weil das war früher mal anders eher umgekehrt aber das wandelt sich gerade so ein bisschen dass da Apple ein bisschen träger aktuell ist aber mal gucken die Hoffnung stirbt zuletzt Google hat ein kleines Problem mit Türschlössern im eigenen Firmensitz die haben scheinbar IoT Türschlösser im Einsatz im Google Gebäude und die sind angreifbar und man kann darüber sogar aufs interne Firmennetzwerk zugreifen blöd und scheinbar ist die Lücke auch nur komplett fixbar indem man die ganze Hardware tauscht gut könnte man sagen Google hat das Geld aber mal gucken da müssen sie wahrscheinlich ein paar mehr E-Mails auswerten um das Geld wieder rein zu kriegen dann gibt es eine Spionagewarnung was Crypto-Mining angeht also einmal eine Spionagewarnung und einmal eine Crypto-Mining-Lücke auf den Routern von Microtech Microtech ist ein kleines Unternehmen das aber trotzdem relativ professionelle Hardware wie ich feststellen musste herstellt ich habe von denen mal so ein paar Sachen im Einsatz gehabt unter anderem auch mal eine Monitoring-Lösung ist mittlerweile fünf Jahre her den Jude von denen und da gibt es wohl auch eine Lücke wo man den Verdacht hat dass die CIA damit dahinter steckt ja wunderbar und die bieten wohl auch Cloud-Routing-Systeme an und ja das Risiko wäre halt da dass der User überwacht wird super tolle Sache dann gibt es ja dann gibt es eine Chrome-Erweiterung für den File-Hoster Mega also von wie heißt der Kim.com ja Kim.com hast du und die ist mit Malwerfer soll ich da ein bisschen aufpassen was man sich da zieht im Zweifelsfall dann direkt über Mega gehen und dann das Add-on darüber runterladen ein Blitzeinschlag auf ein Microsoft Datacenter in den USA hat dafür gesorgt dass die Azure Active Directory Stichwort Cloud Services vom Anfang dass sie teilweise nicht erreichbar ist was ist die Active Directory Azure Active Directory Admins werden die AD Active Directory von On-Premise kennen aus dem eigenen Rechenzentrum oder halt in der Firma selbst das ganze gibt es als Cloud Dienst von Microsoft und das benutzen halt auch jede Menge Online Dienste einfach um ihre User identifizieren zu können es gibt bei diesen Azure echt perverse Aussprache Azure Active Directory gibt es die Möglichkeit dass man so und so viele tausend kostenlose User anlegt das nutzen auch viele um zum Beispiel ihre Online Dienste darüber anzubinden dass man sagt okay ich habe hier eine Website da habe ich ein Kundenforum da habe ich noch einen Online Shop da habe ich noch ein Wiki und ich lege für jeden Kunden da einen Account an und dadurch dass das in der Cloud ist können alle meine Dienste egal was es für eine Software ist eben darauf zugreifen so weit so logisch blöd ist nur wenn durch einen Blitzeinschlag oder Stromschwankungen der Microsoft Dienst nicht verfügbar ist und das ist genau da passiert das heißt die Leute konnten sich nicht anmelden beziehungsweise was ich so gelesen habe war er wohl nicht ganz weg mal Microsoft hat es geschnallt dass es da wohl Probleme gibt durch Blitzeinschläge und durch Gewitter und hat versucht den Dienst in ein anderes Rechenzentrum zu verschieben Problem war allerdings dass das andere Rechenzentrum überlastet war und dadurch eben dann solche Phänomene auftraten wie man konnte sich nicht anmelden und solche Geschichten und an sich ist es eine schöne Sache mit der Active Directory in der Cloud aber die muss halt verfügbar sein und wenn man das als Unternehmen betreibt dann hat man ja oft auch mehrere Domain-Controller um einfach eine Hochverfügbarkeit zu erzeugen und das war halt hier irgendwie nicht so ganz erfolgreich aber man muss auch dazu sagen in den USA ist das Stromnetz ein bisschen anders als in Deutschland oder Europa das ist nicht so stabil da gibt es noch viel Oberleitung da gibt es nicht so viel Überspannungsschutz und USV-Anlagen und was da alles ist das ist dann da sind wir in Deutschland da trotzdem schon ein bisschen weiter auch wenn viele Leute auf die Straße gehen für neue Stromnetze und das nicht mögen aber wir haben im Endeffekt auch eine bessere Versorgungssicherheit als in den Staaten zum Beispiel gut dann gab es bei Mortal Online ein das ist ein MMORPG da gab es eben einen Data Breach und da wurden eben 500.000 Nutzeraccounts zum Kauf angeboten auch eine tolle Sache werden sich die Leute freuen beim Magento Shopsystem gibt es im Moment eine Sicherheitslücke wo eben Shopsysteme kompromittiert werden und durch Protokollieren der Eingabe beim Kunden eben Kreditkarten Eingaben oder Informationen abgegriffen werden und dann auch benutzt werden Cisco hat mal wieder ein paar Lücken bei ihren Linux Produkten die sind für DDoS Angriffe anfällig ist natürlich auch super knuddels.de wer das noch kennt hatte auch einen Data Breach da wurden 1,8 Millionen Account Daten veröffentlicht ja wunderbar das ist so eine Chat Community die Älteren unter uns die werden sich da noch erinnern ich kenne es noch aus meiner Anfangszeit vom Internet oh Gott oh Gott also ich kann es überhaupt nicht mir sagen das ist null ja gut siehst du mal ne also ich kenne es noch so am Anfang in der Zeit wo es halt losging mit Einwahlmodem und so war das so eine Community wo halt sag ich mal sehr viele Freunde von mir waren aber auch sehr viel Perverse muss man wirklich so sagen da waren dann Chats da bist du dann angeschrieben worden oh Gott oh Gott aber das ist glaube ich in jedem Online Forum so wo sich Jugendliche anmelden da sind dann sehr viel sehr schnell sehr viel Perverse unterwegs gut anderes Thema oh Gott oh Gott Betrügermasche bei Einträgen ins Microsoft Technet das Technet ist ja wie so ein Wikipedia für Administratoren kann man das so sagen oder der Brockhaus für Administratoren wo Microsoft eben Anleitungen veröffentlicht und Informationen zu den eigenen Produkten und da gibt es eben so eine Gallery wo eben Einträge gemacht werden können und das nutzen aktuell Betrüger aus weil Microsoft hat ja einen guten Page Rank bei Google und auch die Reputation von Microsoft ist ja relativ gut bei den ganzen Security Anbietern also jede Virenschutzlösung hat ja mittlerweile so einen Reputationsprüfer mit drin in den Produkten oder jeder Browser auch und da ist Microsoft natürlich in Ordnung ist grün und die platzieren da eben Hotline-Nummern von solchen Scam-Hotlines und versuchen dann die Leute da abzuziehen also eine ganz blöde Geschichte eine ganz blöde Geschichte hat sich auch Trend Micro geliefert die haben im Mac App Store Apps veröffentlicht so weit so schön allerdings haben diese Antivirus Apps die sie da veröffentlicht haben einfach mal die Browser-Historie vom Rechner runter geladen von den letzten 24 Stunden vor der Installation das hat lustigerweise ein Forscher von Malwarebytes also Konkurrenzunternehmen rausgefunden Trend Micro sagt naja in der Stellungnahme das haben wir ja nur aus Sicherheitszwecken gemacht persönliche Meinung von mir ist einfach das ist meine persönliche Meinung ich kennzeichne es nochmal ich vermute dass die folgendes damit vorhaben die wollen wenn es wirklich nur die letzten 24 Stunden sind dann wollen die wissen wie du auf den Hersteller gekommen bist wollen einfach gucken hat er sich vorher informiert über unsere Produkte oder war er schon bei Ebay unterwegs oder bei Amazon hat geguckt ob uns da kaufen kann war er vielleicht sogar auf unserer Website schon ich glaube das steckt dahinter ist nur eine Vermutung wie gesagt persönliche Meinung aber ist natürlich unsexy also sollte man vielleicht nicht machen Trend Micro sagt ey das ist doch alles cool weil erstens mal steht es in den AGBs drin ja liest sich halt keiner durch und zum anderen es ist ja nur für Sicherheitszwecke deswegen sehen die das natürlich alle ganz easy sehe ich nicht so aber falls ihr die einsetzt und sagt oh Gott oh Gott möchte ich nicht mehr dann können wir euch gerne beraten da gibt es genügend andere Hersteller die ein bisschen mehr auf eure Daten Wert legen Datenklau gibt es auch bei British Airways das sind mal 380.000 Bank- und Kreditkartendaten erbeutet worden wer sich nämlich am 21. August ab 23.58 und am 5. September 22.45 irgendwie einen Flug gebucht hat sei es über die Internetseite oder die Mobile App der ist da betroffen bei der ganzen Geschichte und die weisen aber darauf hin dass die Hacker keine Reisedetails oder Passdaten oder sowas erbeuten konnten sondern es ging wirklich um Kreditkartendaten und wenn man da zu dem fraglichen Zeitpunkt gebucht hat dann sollte man mal seine Kreditkarten Abrechnung oder sein Kreditkarten Institut kontaktieren kann auf jeden Fall nicht schaden dann gibt es einen Schlüssel Hack von Teslas Keyless Entry System die haben ja da so ein Verfahren wie man eben ohne Schlüssel das Auto öffnen kann das wird zum Beispiel auch von Triumph oder von McLaren eingesetzt und da ist es wohl möglich das Funksignal abzufangen und das Ganze auch innerhalb von Sekunden zu entschlüsseln und dann eben auch wieder zu geben jetzt könnte ich sagen das haben wir ja schon vom Sebastian Schreiber letztes Jahr auf der Itza gesehen dass er das mit Alarmanlagen gemacht hat jetzt ist Tesla auch davon betroffen ist irgendwie ein bisschen blöd man hätte vielleicht auch da vorher mal drauf kommen können wenn man einen Penetrationstest oder Schwachstellentest mal gemacht hätte aber ist ein Autohersteller der denkt natürlich nicht an sowas dass seine IT da drin angreifbar ist ähm blöd also der denkt eher an da andere Raketen und äh irgendwelche ja riesigen ähm Plastikrohre wo er Sachen durchschicken kann ich glaube da ist das so einer seiner wenigsten Gedanken das letzte woran er denkt ja genau aber gut die haben daraus gelernt ähm das System wie gesagt wird ja nicht nur bei Tesla eingesetzt ähm und die werden da jetzt nachbessern müssen und das werden sie denke ich auch mal machen ähm und das Ganze wird mit einer 500 Euro Hardware realisiert also nicht mal so ultra teure Sache oder dass man hier irgendwie einen Ultra PC stehen hat mit 1000 Grafikkatten der dieses Signal knackt sondern einfach 500 Euro Hardware finde ich auch ganz interessant ähm es gibt eine Sicherheitslücke im Tor Browser da können User ausspioniert werden indem über diese Lücke das vorinstallierte NoScript Add-on äh deaktiviert wird dann kann man über JavaScript oder Flash äh kann man die richtige IP-Adresse oder mehr über den äh ja Nutzer herausfinden ähm und das ist natürlich im Tor Browser wo man ganz gerne anonym sein möchte äh ist das natürlich ein No-Go deswegen sollte man da dann auch patchen aber das Ganze gibt es dann auch nochmal in unseren äh Patch News die dann im Anschluss kommen ähm hunderttausend Überwachungskameras sind auch angreifbar das ist mal wieder super da gibt es eine Remote Code Execution Lücke ähm die Hacker nutzen können um auf das NAS äh Root Zugriff zu bekommen betroffen sind da diese NVR Minisysteme ähm Link äh findet ihr bei uns im Artikel da wird dann genau aufgelistet ob ihr betroffen seid ähm besonders äh schlimm ist das Ganze wenn euer Gerät im Internet steht das Problem ist dass die Leute die sowas machen kaum unseren Podcast hören äh weil wir würden davon abraten äh solche NVR Systeme direkt ins Internet zu hängen ähm ist leider mittlerweile immer noch wird immer noch gerne gemacht dass man dem Teil einfach eine öffentliche IP verpasst oder einfach eine Port Weiterleitung macht und dann steht das Ding im Netz ohne jeglichen Schutz und äh wenn natürlich so eine Lücke bekannt ist kann man über ein Scanverfahren ganz leicht rausfinden welches Gerät äh ja infizierbar ist und dann kann man diese Lücke ausnutzen und äh kann damit dann schabernackt treiben zum Beispiel auch den Internetanschluss äh desjenigen benutzen oder eben im privaten Heimnetzwerk oder im Firmennetzwerk je nachdem was man mit diesen NVR alles aufzeichnet und macht äh kann man dann eben äh weitere Infektionen durchführen und Daten abgreifen und so weiter und so fort ähm das ist natürlich sehr blöd und äh dieses modifizierte NAS das ist eigentlich wie so eine NAS wo eben äh Videokameras ihre Daten aufzeichnen ist halt auch sehr im Einzelhandel verbreitet und das macht die Sache halt auch so brisant was auch brisant ist oder auch so ein bisschen lustig am Ende es gibt eine Angela Merkel Ransomware ähm die hat McAfee entdeckt und ähm ja aktuell ist das Ausmaß von der Verbreitung noch nicht klar ähm wie sich das Ding verbreitet es ist allerdings so dass eben dann mit dem Namen von Angela Merkel äh Dateien verschlüsselt werden die dann auch die Dateiendung Angela äh Punkt Angela Merkel äh tragen und äh die Drahtzieher fordern eben Lösegeld von 1200 Euro in Bitcoin und sowas gab es wohl auch schon in der Vergangenheit mit Barack Obama oder jetzt auch mit Donald Trump ähm aber jetzt eben auch unsere deutsche Bundeskanzlerin die Angela Merkel ist mittlerweile als böse Ransomware im Umlauf das ist natürlich ganz interessant und witzig die Zahlung des Lösegeldes ist alternativlos ja gut dann kommen wir zum Ende noch zu unseren Patch News äh die Kategorie kurz noch zur Erklärung ist dafür da dass ihr als Admin oder als User einfach mal kurz durchdenkt betrifft es mich wenn ja dann gucke ich mal auf meine Software muss ich da was machen wenn es mich nicht betrifft dann höre ich einfach weiter und dafür war die Kategorie gedacht so äh Western Digital hat einen Patch veröffentlicht für alte Sicherheitslücken in ihrer NAS Software die haben so eine NAS die nennt sich MyCloud äh wenn ihr sowas einsetzt solltet ihr mal gucken der Chrome hat auch 40 Sicherheitslücken in der Version 69 geschlossen also schon allein um jetzt die Jubiläumsversion ihr habt es von David gehört mit den abgerundeten Ecken und so weiter zu bekommen solltet ihr da updaten aber auch natürlich in erster Linie wegen der Security oder nutzt den Vivaldi Browser oder Firefox äh der hat dafür andere Probleme ähm Cisco hat auch ein Problem nämlich äh ihre Videoüberwachungssysteme äh die haben auch einen Notfallpatch bekommen unter anderem ist aber auch ähm WebEx betroffen also diese Web äh Webinar Software von Cisco also wenn ihr das nutzt dann auch updaten dann äh gab es ja wie oben schon erwähnt in den Security News äh schon die Geschichte mit Cisco's äh DOS Problematik von äh ihrem System da gibt es mittlerweile auch Patches für SAP gibt es auch kritische Sicherheitsupdates die man unbedingt installieren sollte und äh Microsoft hat ebenfalls mal wieder an dem Patchday Zero Day Lücken geschlossen also Microsoft Windows unbedingt mal gucken äh falls ihr nicht automatisiert updaten lasst ob da was zu äh installieren ist ähm Adobe Flash und weitere Adobe Produkte sind auch betroffen also Acrobat Reader oder den ganz normalen Acrobat wenn ihr den gekauft habt oder mietet äh solltet ihr auch unbedingt mal gucken ob das alles aktuell ist und ähm macOS 1014 und iOS 12 schließen auch Sicherheitslücken äh wer das einsetzt und dann noch eine ganz pikante Geschichte ähm es gibt einen Bug in der Intel Management Firmware das gibt ja dieses Intel Management äh Geschichte wo man eben PCs managen kann oder auch Server und da ist ein BIOS Update mal wieder notwendig nervige Geschichte aber geht wohl nicht anders und äh dann zum Schluss noch der Hinweis Microsoft hat den Support für Windows 7 verlängert allerdings nur für zahlende Kunden äh Windows 7 äh Kunden die Zahlen für die Updates bekommen noch bis zum Januar 2023 Updates Sicherheitsupdates und ähm wenn man das nicht macht dann wäre 2020 im Januar Schluss also drei Jahre Luft hätte man dann noch ähm muss man sich gut überlegen weil das ist ein teurer Spaß ähm besser man stellt im Unternehmen aber auch privat schon davor um auf Windows 10 ähm und da wurde jetzt ebenfalls für das September Release ähm nochmal ein längerer Support bekannt gegeben nämlich äh um 30 Monate ähm kann man das September Release dann länger benutzen bevor man upgraden muss gut dann haben wir jetzt schon die Patch News und dann sind wir so gut wie durch haben trotzdem wieder länger gebraucht also irgendwie heieiei wir nehmen uns immer zu viel vor glaube ich ja wir verplappern uns immer am Anfang irgendwie ja gut das sind am Anfang sind ja auch immer die Laberthemen ne das ist jetzt am Ende sind Fakten am Anfang sind die Laberthemen Diskussionsthemen vielleicht dass man am Ende so ein paar Punkte vielleicht ein bisschen streicht dass man nicht alle nimmt sondern bloß irgendwie das was am interessantesten wäre also dass man das schreibt es mal in die Kommentare vielleicht habt ihr ja auch Vorschläge wie wir unseren Podcast umgestalten sollen oder sagt ihr einfach ach komm die zwei Stunden die gönne ich mir jedes Mal es gibt ja wirklich Leute also wenn man sich die Analytics mal anguckt es sind jetzt nicht so viele Zuhörer oder Zuschauer aber die Leute die es hören die hören es meistens komplett also die Absprungrade beim Tech Talk ist sehr gering das finde ich wirklich bemerkenswert das will ich am Ende auch nochmal sagen vielen Dank an die Zuhörer die wirklich komplett zuhören und das ist auf Spotify genauso wie auf YouTube auf iTunes kann ich es noch nicht sagen weil das sind wir jetzt erst seit ein paar Tagen repräsentativ aber da ist es einfach so dass die Leute das auch wirklich komplett durchhören so und das finde ich einfach bemerkenswert das will ich mal sagen weil zwei Stunden Videos und wir waren eigentlich noch nie unter zwei Stunden beim Tech Talk die sind auf YouTube ja eigentlich eher untypisch und nicht so sexy aber das wird bei uns gehört und das ist wieder ein Zeichen dafür dass wir sehr gute Zuschauer und Zuhörer haben und deswegen vielen Dank dafür muss man einfach mal gesagt haben aber wenn ihr da Vorschläge habt wie wir das vielleicht weiterentwickeln können oder was wir da anders machen könnten oder vielleicht neue Kategorien oder Kategorien weg dass ihr sagt ach komm hier die Patch News die kannst du dir schenken oder mach dazu ein eigenes Video oder was auch immer dann schreibt es in die Kommentare das interessiert uns brennend schreibt aber auch rein wenn ihr sagt hey lass das doch einfach so das passt was mir auch sehr gut gefällt das muss ich noch dazu sagen sind auch die Kommentare es gibt immer wieder Kommentare die auch wirklich sehr ausführlich sind und das muss ich auch mal hervorheben da muss ich Leute wirklich Gedanken machen teilweise wahrscheinlich beim Podcast schon sich aufschreiben was sie antworten wollen zu den einzelnen Themen und das dann auch schön in den Kommentar packen der dann wirklich nicht nur ein, zwei Sätze umfasst sondern teilweise wirklich fast eine halbe DIN A4 Seite und das ist wirklich das finde ich super und da gehen wir auch immer gerne drauf ein manchmal dauert es halt ein paar Tage weil einfach keine Zeit dafür war oder man sagt oh okay da muss ich mal selber erst nochmal drüber nachdenken was da geschrieben wurde aber im Regelfall antworten wir da auch drauf und das ist auch wirklich ganz toll von euch und das macht auf jeden Fall Spaß und motiviert und da sieht man dass die Leute auch mitdenken und das bleibt leider bei manchen YouTubern so ein bisschen auf der Strecke auf YouTube aber unsere Zuschauer sind halt einfach die Besten das auf jeden Fall also ich bin auch sehr begeistert genau klar ich meine die Menge ist natürlich klar da kann man noch ein bisschen meckern aber ihr könnt euch ja nicht vier teilen oder klonen deswegen empfehlt uns einfach weiter wenn ihr sagt hey ich hab jemanden der wird da würde das ganz gut passen der Podcast das ist natürlich sehr speziell das sehe ich ein also sag mal so seiner Friseurin oder seinem Metzgerei Fachverkäufer den kann man diesen Podcast natürlich nicht empfehlen weil das ist die falsche Zielgruppe aber wenn ihr Leute habt wo ihr sagt hey die ticken genauso die interessieren sich für sowas dann empfehlt uns einfach weiter falls ihr das nicht eh schon macht ich geh mal davon aus dass Leute die sich dafür interessieren die werden das eh schon machen weiter empfehlen ähm und das bringt dann auch was und da freuen wir uns natürlich auch mega wenn die Community noch ein bisschen wächst und äh wenn man dann vielleicht auch mal ein paar andere Aktionen noch fahren kann ähm das ist ja auch so ein Ding je größer man ist umso mehr Potenzial hat man auch um sich noch zu professionalisieren oder mal irgendwelche Projekte zu wagen wo man jetzt eigentlich sagt okay ähm da ist das Risiko aktuell einfach zu groß oder man macht diese Arbeit und dann sieht es keiner äh dann ist es halt auch schade und äh deswegen freuen wir uns natürlich über jede Weiterempfehlung ein Hinweis noch am Ende ähm im nächst in der nächsten nee übernächsten Woche ähm ne doch Quatsch in der nächsten Woche ihr kriegt den Podcast am 5. in der nächsten Woche ist ja in Nürnberg wieder die IT Security Messe Itza ähm dieses Jahr ein bisschen anders bei uns leider Gottes gegen nicht anders wir haben dieses Jahr leider zu wenig Leute die da können aus beruflichen und privaten Gründen äh und deswegen ich werde vor Ort sein äh vielleicht auch noch ein freier Redakteur von uns das ist aktuell noch nicht klar ähm wir werden auch im Podcast drüber reden definitiv vielleicht sogar auch in einem Extra Podcast wie wir es bei der Gamescom gemacht haben aber es wird keine Video Berichterstattung an sich wie letztes Jahr mit Interviews und so weiter dieses Jahr geben können nächstes Jahr vielleicht schon ich hoffe dass es klappt dieses Jahr leider äh nicht möglich das nur so als Hinweis wer dort ist kann gerne oder sollte vielleicht auch schon mal in den Kommentaren schreiben oder mich auf Twitter anschreiben oder den Kurs O4U Kanal dann kann man sich auch gerne mal treffen oder wenn ich so groß ist das Gelände nicht falls ihr mich seht und mich erkennt dann sprecht mich an kann ja durchaus sein dass da Leute auch äh unterwegs sind von unserer Zuhörer oder Zuschauerschaft äh dann einfach dann können wir uns auch gerne unterhalten da bin ich der Letzte der sagt ne ähm und ansonsten für die anderen gibt es eben die Nachbereitung bei uns im Podcast von der ganzen Messe wird auf jeden Fall interessant ich freue mich riesig drauf ich habe das äh Programm mir schon durchgelesen was es da alles gibt ich habe mir die Firmen alle angeguckt die äh vor Ort sein werden und das wird auf jeden Fall höchst interessant die ist nochmal größer geworden da sind nochmal Firmen dabei die davor noch gar nicht auf der Messe waren die ich zuvor auch noch auf keiner Messe gesehen habe und das macht die Sache halt nochmal wahnsinnig interessant gut in diesem Sinne bis zum nächsten Mal und äh nicht vergessen weiterempfehlen liken auf Facebook Instagram natürlich den Kanal abonnieren die Website anklicken ihr wisst schon äh schreibt in unser Forum das volle Programm äh würden wir uns auf jeden Fall mega drüber freuen und äh motiviert uns ungemein wenn wir da irgendwelche Rückmeldungen von euch bekommen und nicht nur einfach sehen dass ein Counter nach oben geht sondern dass da auch wirklich äh Menschen dahinter stehen das ist halt immer ganz schön gut in diesem Sinne ciao bis zum nächsten Mal ciao bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017